hallo welt moin zusammen was haben wir heute vor ich habe eine bestellung aufgegeben bei thoman und wie ihr in der beschreibung schon gelesen habt möchte ich euch heute die squire affinity jazzmaster vorstellen das nachfolgemodell vorher gab es die squire affinity jazzmaster in der hambucker version ich habe die auch hier dieses modell hier die hätte ich insgesamt drei mal aber dazu später mehr ja ich hatte vor einigen wochen schon mir als sie raus kam hier in deutschland hatte ich schon vorbestellt und habe mir eine in burgundy mist wenn es richtig ausgesprochen ist bestellt und eine lake classic blue habe sie mir angeschaut inspiziert eingestellt bei der lake classic blue die ich bestellt hatte vor ein paar wochen war der hals nicht korrekt installiert wurden das heißt der verlauf der seiten war schräg das war aber eine sache von fünf minuten dann konnte ich das wieder einstellen dann habe ich die mit dem proberaum genommen und ich muss sagen sound mäßig war schon sehr begeistert aber es passt nicht in meinen band kontext rein das ist manchmal so man kauft sich gitarren und spielt sie zu hause man spielt sie alleine im proberaum vielleicht kennt ihr das und dann hat man die erste probe zusammen und denkt sich das klingt einfach nicht im gesamten kosmos der band und habe dann beide wieder zurückgeschickt zu thoman jetzt ist es so ihr kennt das bestimmt wenn man so ein sammler von gitarren ist und ich habe da auch eine sehr sehr lange reise schon hinter mir dann ja tendiert man dazu vielleicht auch gitarren noch mal zu bestellen weil man ich finde jazzmaster grundsätzlich total geil da wird jeder eine andere preferen präferenz haben an der stelle und deswegen habe ich es mir jetzt noch mal bestellt so ich habe heute einen freien tag kinder frau alle weg und ich dachte mir da ich kein professioneller youtuber bin ich mache heute mal ein video nicht nur über die affinity jazzmaster lake klasse blue sondern auch darüber wie man gitarren einstellt wie man aus einer squire oder was auch immer eine viel viel bessere gitarre machen kann ich habe den karton beziehungsweise ich habe die gitarre einmal kurz ausgepackt habe sie mir auch noch nicht genauer angeschaut das werde ich gleich mit euch zusammen machen mir ist folgendes wichtig und einige werden jetzt sagen halt doch schon mal auch zu labern ich will jetzt sehen das kann ein sehr sehr langes video werden weil ich folgendes möchte ich spiele jetzt seit 30 jahren gitarre und ich habe ich kann es nicht zählen hunderte von gitarren besessen inspiziert dran rumgeschraubt gespielt wieder verkauft oder auch direkt zurückgeschickt als ich die aus dem karton ausgepackt habe es waren gibsons es waren fender es waren grätsch es waren unzählige squires also im endeffekt die ganze palette wahrscheinlich so ähnlich wie ihr dann auf der suche nach dem perfekten ton nach der perfekten gitarre dazu kamen noch einige verstärker effektgeräte hast du nicht gesehen das war eine sehr sehr lange aber auch eine sehr sehr teure reise und ich möchte nicht dass ihr das unbedingt auch machen müsst das könnt ihr machen aber ich schätze mal im rückblick da werden schon zehntausende von euro drauf gegangen sein auf dieser suche und ich finde das ist nicht unbedingt nötig alles was ich euch heute erzähle ist meine erfahrung nichts anderes das ist das was ich erfahren habe und das möchte ich gerne weitergeben an euch weil ich gucke auch viele youtube-videos von den musikhäusern und von privatleuten und sonstiges und bei einigen denke ich so mein gott was erzählt ihr da tut mir wirklich leid was erzählt ihr dafür ein schwachsinn bei anderen denke ich ja ist okay das ist ein gutes video sehr informativ man erfährt einige dinge und habt ihr einfach gut umgesetzt an der stelle gut wir machen da jetzt erstmal einen punkt ich habe folgendes vor wie gesagt ich packe die jetzt aus ich inspiziere die mit euch zusammen ich stelle die mit euch zusammen ein diese gitarre sagt euch was man machen kann wie gesagt um eine gitarre out of a box wie man so schön sagt besser zu machen und ganz ehrlich man muss immer was dran machen also ich hatte gitarren auch von gibson und fender und hast du nicht gesehen also in der preis range so bis 1000 euro ja das war dann immer meine schmerzgrenze die habe ich ausgepackt und habe gedacht was habt ihr denn da gemacht in der fabrik also hattet ihr das kann ja auch nicht sein dass ihr einen schlechten tag hattet weil ich hatte mehrere auch von dem gleichen modell mir mal bestellt und angeguckt da kann ich euch auch noch ein paar interessante fakten zu sagen weil jede gitarre irgendwie etwas anders ist an der stelle ja aber lasst uns einfach mal beginn also hier ist der karton der squire affinity jess martin blue das ding mal aus ich reiß das hier einfach mal auf weil ich definitiv weiß ich werde die behalten sonst komme ich aber gleich noch zu so so sieht das gerät aus hätte ich jetzt fast gesagt aber jetzt habe ich es gesagt mit dabei natürlich die obligatorischen einstellschlüssel irgendein clipper kram der mich nicht interessiert und natürlich der vibrator arm so wie gehe ich jetzt vor naja gut was wahrscheinlich jeder macht und was in jedem video steht man guckt da erstmal so oberflächlich drüber und denkt sich so ok sind keine kratzer keine beschädigungen zu sehen gibt es ja auch manchmal dass in der endkontrolle jemand geschlafen hat weil er nicht genug kaffee getrunken hat und dann was übersehen hat und dann wird das ding eingepackt und losgeschickt so ich sehe hier eine mini delle aber ganz ehrlich und das muss ich direkt vorausschicken das ist mir also auch nicht wichtig also es mag leute geben ich kann das auch nachvollziehen wenn man sage ich jetzt mal eine gitarre für 1000 euro bestellt und man packt die aus und denkt da ist ein kratzer das ist eine delle das kann ich verstehen würde ich auch direkt zurückschicken und sagen nochmal für 1000 euro da verlange ich aber das dann zwei leute drüber gucken und dann kann ich verstehen das sich das mal genau angucken eine squire für 249 euro dellen kommen da sowieso rein letzten endes ist es ein gebrauchsgegenstand ja es ist das 2021 modell in china viele sagen ja china ja mein gott also china ist jetzt da sind jetzt wer nicht so gute gitarren macht das kann ich nicht so bestätigen wobei ich nach meiner erfahrung sachen sagen muss wenn es wirklich um um die asiatischen länder geht die besten erfahrungen habe ich mit vietnam gemacht also made in vietnam war immer war immer super ok also dann gucke ich wie der verlauf des halses und der seiten ist na ich krieg das jetzt kameratechnisch nicht genau rein aber erstmal ob der hals sozusagen gerade ist im sinne von ist er wirklich gut mit dem body verschraubt worden es kann sein dass ihr und jetzt wird sie schwierig ja dass ihr dann so einen komischen verlauf ich mache leute das jetzt mal an habe dass nämlich zum beispiel die tiefe e seite vom oben nach unten immer breiter wird würde auch bedeuten natürlich dass die hohe e seite dann irgendwann so raus wäre das wäre natürlich eine extrem situation aber was ich damit sagen will wichtig ist dass ihr euch diesen verlauf hier anguckt ja den abstand zwischen zwischen dem ende des halses und der e seite dieser verlauf hier ist der gerade genauso wie bei der hohen e seite ist der gerade oder ist er nicht gerade das macht ihr am besten wenn ihr so jetzt wie ich so drauf guckt und ich würde sagen das sieht gut aus ja das sieht auf jeden fall gut aus dann würde ich jetzt wird es ein bisschen wo ihr denkt naja das ist doch wohl vollkommen klar manchen ist das nicht so ganz klar einmal kurz einstöpseln bevor man ein setup macht kurz kontrollieren funktionieren beide pickups funktionieren die einzeln funktioniert das volumen poti und das ton höhen poti ich habe es zweimal erlebt wo ich mir eine gitarre bestellt habe und dann ja letzten endes dran rumgeschraubt habe eine halbe stunden zwei stunden an der gitarre eingestellt eingestöpselt und da ging der hintere pickup nicht und da habe ich mich dann schon sehr geärgert an der Stelle das kann ich anders sagen so also nachdem das soweit jetzt fertig ist und ich mir hier alles angeguckt habe finde ich dann immer folgendes wichtig alles was zwischen brücke und oben dem steg passiert steg nicht steg ist hinten kommen wir jetzt schon ein bisschen durcheinander alles was zwischen der brücke und der nat ich habe die ganzen englischen begriff ihr wisst schon was hier ich komme nachher noch auf den begriff diese ganzen anglizismen da kommt man mit der deutschen sprache nicht mehr hinterher alles was dazwischen passiert und darüber hinaus beeinflusst den klang einer gitarre so wenn wir zum beispiel normale jazzmaster einheit hätten ihr kennt das mit dieser anderen brücke und der langen seitenführung und ihr die seiten anschlägt und so stoppt dann kleert das hier hinten nach ja das ist so gewollt und auch nicht gewollt damals 1960 wann auch immer 58 wann die jazzmaster raus kam das stört einige menschen einige menschen finden das gehört zum jazzmaster sound dazu mich stört es eher ich habe da so ein bassstopp damals in meine modelle eingebaut gehabt ok also das erste was ich eigentlich immer mache und ich habe hier ein paar werkzeuge da sind nicht viele weil letzten endes braucht ihr die zwei sachen die im busschlüssel das einstellen der brücke und eigentlich nur diese beiden sachen das ist einmal ein 10er maul schlüssel und ein ganz normaler schraubendreher sagt man bin ja schon 49 jahre alter sagt immer noch schraubenzieher nein das heißt schraubendreher als erstes was ich tue ist diese vier schrauben anziehen warum mache ich das nun ja es gibt ja schraubhälse es gibt verleimte hälse und bei schraubhälsen wir werden ab werk nicht volle kanne angezogen also nicht sehr stark angezogen manche schon manche nicht das ist bei jeder gitarre ein bisschen unterschiedlich aber letzten endes schwingt ja der ganze body schwingt ja mit und der hals natürlich auch wenn das jetzt hier so ein bisschen rappelt und nicht wirklich fest miteinander verbunden ist verliert ihr sustain so und das möchte ich nicht und von daher schraube ich jetzt erstmal diese vier schrauben ihr seht schon man kann da schon noch ein bisschen was dran drehen erstmal fest da haben wir einiges noch zu drehen da auch ja nicht übertreiben ihr kennt ja den spruch nach fest kommt ab aber bei diesen dicken schrauben das habe ich glaube ich bei meinen hunderten von gitarren noch nicht geschafft eine schraube so jetzt ist das ding fest das nächste was ich dann immer tue sind die ja wie nennen die sich denn die mechaniken also diese schrauben die sich hier hinter verbergen die kann man mit einem 10er schlüssel fest machen die werden ab werk auch nie richtig fest gemacht und einmal im jahr stelle ich alle meine gitarren kriegen die so ein kleines ja eine kleine kuscheleinheit von mir und werden ein bisschen gepflegt und dann werden auch diese schrauben nachgezogen weil wenn ihr viel spielt die ganze gitarre vibriert auch diese schrauben lösen sich irgendwann ein wenig so ich tue das jetzt im hintergrund mit dem wissen schon und ich verrate das jetzt schon ich werde diesen hals nicht behalten komme ich aber gleich zu so dann ich versuche ich das mal von oben zu machen 10er ist auf der seite setzen das hier an oh ja ziemlich locker da solltet ihr vorsichtig anziehen sage ich jetzt mal ja das habe ich schon geschafft dass ich so eine hülse zu stark angezogen habe und die gebrochen ist und das muss nicht unbedingt sein so nochmal kurz nachziehen ja und wie gesagt übertreibt es da nicht das kann man nicht wirst du ein gefühl für entwickeln aber wenn ihr da nicht zu rabiat dran geht dann geht das schon klar so ein bisschen schwierig jetzt mit der kamera weil normalerweise würde ich so ja nicht arbeiten so dann hätte sie eher auf meinem schoß liegen so das ist das erste das zweite ist das dritte entschuldigung was ich jetzt tun würde das erspare ich mir jetzt aber weil das ist eher langweilig oder ich müsste irgendwas spannendes erzählen ist auch diese ganzen schrauben hier einmal kurz nachziehen von pickard kann man machen muss man nicht machen ich mache es einfach weil wenn ich schon dabei bin mit schrauben anzudrehen da tue ich das auch entsprechend auch diese schrauben für euren gitarrengurt die sind meistens auch sehr locker und das geht aber hier weil es wäre ja blöd irgendwie dass nach ein paar proben irgendwie der gitarrengurt nach unten knallt und ja die ist aber respekt jungs aus china in dem fall die habt ihr gut angezogen das nächste ist die brücke das ist eine zweipunkt brücke wie man sie auch eigentlich von stratocastern her kennt gibt es auch mit fünf schrauben hier an dieser stelle jetzt haben wir so zwei schrauben zur aufhängung ich bin da ein großer fan von ich finde so zwei schrauben viel viel besser im endeffekt ist die brücke da nur eingehangen und hier unten befinden sich noch drei schrauben die die brücke die sind jetzt ein bisschen versteckt weil die unter den seitenreitern sind die auch anziehen weil wir waren ja gerade bei dem thema schwingen und sustainen wenn diese brücke nicht fest ist und rappelig ist dann geht total viel sustain verloren also die muss aus meiner sicht aus meiner erfahrung genauso wie der hals sehr sehr fest angezogen werden so und jetzt haben wir ja schon zusammen das erste problem weil wie komme ich denn jetzt überhaupt an die schrauben da dran weil die sind und ich kann ihr seht das in der kamera also wahrscheinlich seht ihr keine schrauben in dieser einstellung die sind unter den seitenreitern jetzt könnte ich natürlich alle seitenreiter mit diesen einstellschrauben dazu kommen wir noch ja diese seitenreiter alle in diese richtung drehen hier hinten schrauben 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 drehen 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 so dass die frei werden wahrscheinlich muss ich das auch tun weil ich will die gitarre ja nachher eh oktav rein einstellen ob diese gitarre oktav rein ist weiß ich nicht interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht ich gehe dazu auch davon aus nach meiner erfahrung außer bei ibanes da habe ich wirklich sehr gute erfahrungen gemacht und trotzdem würde ich es tun dass die abwerk schon oktav rein eingestellt sind was heißt oktav rein habt ihr bestimmt schon mal bunt rein oktav rein da werfen leute auch manchmal begriffe einfach komplett durcheinander weil sie einfach keine ahnung haben tut mir leid das soll aber so nicht arrogant klingen oder sonstiges aber die schreiben einfach nur begriffe ab und sagen die gitarre muss aber bunt rein sein und der andere da muss aber oktav rein sein also um das mal kurz aufzuklären wenn die gitarre nicht bunt rein ist dann könnte sie wegschmeißen ja weil bunt rein heißt dass die sagt schon dass die dass die einzelnen bünde so war das genau dass die einzelnen bünde nicht an der richtigen stelle sitzen ja und ihr greifen und dahinten einstellen könnt wie ihr wollt daraus wird keine spielbare gitarre weil die immer out of tune also nicht stimm rein ist so also bunt reine gitarren in dem sinne würde ich jetzt mal behaupten gibt es fast gar nicht und wenn eine nicht bunt rein ist wie gesagt könnt ihr die zurückschicken oktav rein und darum geht es da handelt es sich um folgendes wenn ihr eine meinetwegen wir reden jetzt mal über die tiefe e seite ist egal welche seite wenn ihr die leer spielt ja und euer stimmgerät ihr stimmt jetzt genau auf e wir kommen aber noch zu den themen seiten dehnen und so weiter ja da gibt es auch schöne fehler die man machen kann auf jeden fall wenn ihr hier die tiefe e seite leer spielt und es wird eurem stimmgerät genau ein e angezeigt dann müsst ihr den zwölften bunt ja und drückt bitte so wie ihr normalerweise auch spielen würdet drückt ja nicht mega feste rein weil dann würde das stimmgerät wahrscheinlich in diese richtung ausschlagen irgendwie noch irgendwie super soft sondern so wie ihr spielen würdet wie ihr normal spielt in dieser stärke drückt ihr die seite an und spielt diese seite dann auch leer und dann muss der zeiger auch genau ein e anzeigen wenn er in die richtung kippt oder in die richtung es ist kein e zumindest kein klares e und wenn ihr das nicht tut also die oktav reinheit nicht einstellt und es betrifft alle seiten und ihr greift einen akkord egal in welchem bunt klingt ja nicht gut das mag ein anfänger der jetzt gerade angefangen hat gitarre zu spielen vielleicht gar nicht hören so aber wenn man schon mehrere jahre oder wie ich über 30 jahre jetzt gitarre spielt dann hörst du das und das willst du nicht du willst einen klaren akkord ja irgendwie und möchtest wenn du jetzt einen akkord greifst und wirst jetzt dein stimmgerät benutzen dass genau exakte töne angezeigt werden nämlich der eine geht in die richtung der andere geht in die richtung und sonstiges das wäre komplett durcheinander an der stelle ja ich würde aber ganz gerne nochmal bevor wir jetzt uns diesem projekt hier widmen und das einstellen nochmal gerade auf diese tuner eingehen von squire die sind nämlich neu die sind jetzt split shaft ich sag ja anglizismen ohne ende das heißt die haben kein loch in der mitte wo man die seite durch steckt sondern die seiten werden von oben rein gesteckt ja und dann drum herum gewickelt das ist alles ob man das jetzt besser findet schlechter findet ich finde da gibt es kein besser schlechter sondern es gibt nur gute tuner und schlechte tuner so wie es gute seiten gute gitarren und schlechte gitarren gibt ich drehe da jetzt mal dran einfach mal zu ok die scheinen kein naja doch die haben auch spiel ja was bedeutet spiel also letzten endes müsst ihr auf dieses kleine köpfchen gucken das dreht sich ja wenn ihr hier dran dreht so und wenn so ein tuner spiel hat heißt es ihr dreht ein bisschen es passiert nichts und plötzlich greift ne was erklären mensch plötzlich greift der mechanismus und das ding dreht sich mit so und hier habe ich das gefühl ja da ist ein bisschen spiel bis er zupackt das ist halt wenn man eine günstige gitarre kauft in dem fall eines choir das macht aber nichts das hat nichts damit zu tun dass die gitarre oder beziehungsweise dass diese tuner die stimmung nicht halten das hat darauf gar keinen einfluss sondern es ist einfach nur finde ich und das ist dann auch ein qualitätsmerkmal ein sehr komisches gefühl für einen selber wenn man anfängt seine gitarre zu stimmen und man hat immer so ein spiel das fühlt sich einfach viele können das fühlt sich einfach nicht gut das fühlt sich billig an und möchte man also man nicht also möchte ich nicht ich spreche hier nur von mir okay wie ihr aber tuner auch günstige nochmal in der stimmen stabilität verbessern könnt das geht ganz einfach nämlich mit diesen schrauben die da drauf sitzen ja weil manchmal wenn ihr ab werk eine gitarre auspackt und denkt so ja der hat diese dieser tuner den widerstand der tuner den widerstand der hat ja einen total leichten widerstand das ist nicht richtig richtig im sinne von sie sollten schon alle beim stimmen dass das gleiche gefühl sollte man haben und nicht eines mega fest und die andere dreht sich mega leicht und um die stimmen stabilität zu verbessern von günstigen tunern mache ich es so dass ich diese schrauben möglichst fest drehe macht aber nicht zu fest weil wenn ihr neue gitarrenseiten aufzieht und dann das gefühl habt so das ding bricht gleich ab beim drehen dann habt ihr das auf jeden fall diese schraube hier oben am kopf zu fest gedreht sondern eher dass sie einen guten widerstand hat und so weiter und so fort mache ich jetzt nicht weil wie gesagt dieser hals der kommt ein anderer drauf vielleicht machen wir da direkt weiter ich schnappe mir mal gerade meine affiliate jazzmaster genau dieses modell hier ja vielleicht muss ich da kurz was einschieben und zwar folgendes ich habe ja vorhin erzählt dass ich ja ganz ganz viele gitarren schon hatte immer auf der suche einen perfekten ton und dann den verstärker und dann die und dann klang die gitarre nicht und dann sonstiges und dann irgendwann war mal den sound satt wie auch immer es ist so und das muss ich auch gleich vielleicht als erfahrung vorausschicken kauft euch wenn ihr mit gitarre anfangen zu spielen oder auch wenn ihr schon spielt spart geld und kauft euch einen richtig richtig guten verstärker ja allein dieser tipp ist 2000 bis 5000 euro wert weil meiner erfahrung nach ich hatte verstärker die waren vielleicht gar nicht schlecht von pb classic 50 fällt mir gerade ein zum beispiel oder so oder auch andere verstärker mein erster war den trauer ich übrigens noch sehr sehr nach mein allererster rühren verstärker war marshal jcm 2000 dsl 100 den fand ich damals überragend aber egal weil es ist wirklich so dass auch günstige gitarren und günstig heißt nicht schlecht und teuer heißt nicht gut ja aber meinetwegen man spricht ja immer von günstigen gitarren klingen auch über sehr gute verstärker sehr gut aber eine 2000 euro fender klingt über einen nicht guten verstärker nicht gut das ist schon alles das ist die einzige logik dahinter also von daher ein guter verstärker und ja was ist jetzt ein guter verstärker wenn ihr mich jetzt persönlich fragen würde auf jeden fall röhren verstärker ich hatte schon auch einige transistoren hier vorne steht auch keiner so ein kleiner boss katana den benutze ich nur für zu hause würde ich mich niemals mit auf die bühne stellen aber auf jeden fall ein röhren verstärker und bitte dann auch von einer guten marke ja was ist eine gute marke die bekannten marken marshal orange was auch immer so spart darauf und kauft euch an ob jetzt als combo oder als als jetzt noch hier als hat du wirst schon irgendwie wohl dann dementsprechend noch eure lautsprecher box noch dazu kaufen müsst aber macht das so weil und jetzt kommt der clue nach dieser ganzen reise und das sind ja auch nur meine ohren und so wie ich sound wahr nehme das macht ja jeder anders einer sagt mensch eine gitarre klingt total grell und der nächste sagt geil oder klingt super genau so soll sie klingen naja auf jeden fall auf am ende meiner langen reise ist die squire affinity jazzmaster ich finde diese gitarre überragend aus vielerlei hinsicht einmal und ich sagte jetzt könnte ein langes video werden aber wir kommen auch wieder gleich zu der klasse jazzmaster erstmal finde ich überragend dass sie die stringfru body hat das finde ich grundsätzlich immer gut weil dann der body viel besser mitschwingt bestimmungsweilten viel viel besser ist dann finde ich die hambacker überragend aber wie gesagt nur ich ich finde die überragend ich hatte schon viele hambacker von seymour danken und die marsio und wie sie alle heißen und eingelötet und ausgelötet oder wie man das auch immer nennen möchte also eingebaut ausgebaut und ja war nie wirklich zufrieden vor allem nie zufrieden mit hambacker mit den metallkappen vorne drauf ich mag diese offenen hambacker die nicht die metallkappen drauf haben erzählen jetzt wieder wahrscheinlich andere ja das ist aber irgendwie voodoo dass die irgendwie ein bisschen dumpfer klingen und sonstiges mag alles sein ich mag den sound einfach nicht das ist meine persönliche einschätzung ich finde die deswegen überragend weil die relativ hell klingen nicht zu mumfig bassig eine gute mittenpräsenz haben und für mich klingen sie so ein bisschen single coil mäßig also die klingen so wie single coils und wieder anglizismus achtung steroid also haben schon auch einen hohen output aber haben eine unglaublich gute brillanz und ich habe im keller ich glaube noch zwei oder drei paar von diesen hambackern liegen weil irgendwelche leute bei ebay kleinanzeigen warum auch immer diese hambacker nicht mochten und dann kaufe ich die für 10 15 euro und denkst du ja falls mal irgendwann einer kaputt geht mir sowieso nie in hambacker kaputt gegangen aber ich hoffe ich lebe noch 40 jahre wenn es dann mal passiert dann kann ich die ja wieder einbauen das ohne probleme das nächste was ich an dieser gitarre überragend finde ist der hals tja warum findest du den jetzt überragend natürlich ist das auch ich finde für meine hände ja finde ich den total super relativ flach aber nicht zu dünn lässt sich super greifen und was ich vor allen dingen sehr sehr liebe sind satinierte rückseiten von hälsen die gibt es ja auch lackiert und es gibt die satiniert auch wieder anglizismus ich weiß braucht ihr mich nicht darauf hinweisen das heißt nicht dass ich lackierte hälse nicht spielen kann oder sonstiges aber die fühlen sich für mich immer ja ich kann das nicht beschreiben es ist auch nicht so dass man da irgendwie so beim spielen fest hängt weil die jetzt so lackiert sind oder sonstiges aber so ein satinierter hals spielt sich einfach viel fluffiger viel leichter man rutscht finde ich viel besser rüber irgendwann zieht da auch handschweiß und sonstiges ein ja dann ist es vielleicht nicht mehr so vom spielgefühl es ändert sich natürlich dieses holz auch je nachdem was man damit anfängt finde ich einfach total überragend die bünde gut das ist jetzt auch wieder geschmacksache und ich konnte die gitarre relativ und ich hatte jetzt schon drei oder vier so hatte mir eine noch als backup geholt einige die habe ich da hinten gerade liegen kann ja auch gleich zeigen habe ich so ein bariton projekt ausgemacht den hals finde ich hervorragend das einzige was an dieser gitarre echt scheiße ist waren die tuner die habe ich natürlich getauscht in dem fall mit ohne brille wird schwierig ja keine ahnung irgendwelche anderen ich glaube das ist auch zehn millimeter bohrung da passen die meisten gut drauf und seitdem ist die gitarre auch super stimmen stabil die liegt drei wochen im keller ich komme proberaum und abgesehen von temperaturschwankungen die natürlich auch ein schluss haben aber die ist eigentlich immer noch super gestimmt so ja soweit zu dieser squire affinity hh übrigens habe ich immer kommen auch noch gleich zu hier noch andere von thoman die sind total günstig kostet 3,90 euro oder sonstiges noch andere ton proti kappen drauf gemacht die ich tausendmal schöner finde als diese hier die normalerweise auch auf dieser weißen drauf waren ja die sehen irgendwie im vergleich finde ich ja ziemlich billig und klein aus aber das ist geschmackssache so legen wir die mal wieder weg aber jetzt kommt auch noch die sonne raus mensch seht ihr mich noch ja okay was machen wir jetzt als erstes ich würde sagen wir machen jetzt folgendes ich mache mal eine kurze pause ich trinke mal was weil ich habe jetzt seit einer halben stunde nur durchgesammelt und in der zeit schmeiße ich die seiten runter das mache ich übrigens bei jeder gitarre weil diese seiten abwerk man das wird ja überall dran gespart auch wenn das marken seiten sind man weiß nie wie so eine lange so eine gitarre gelagert hat da hatte ich schon auch verrostete seiten es war alles egal auf jeden fall fürs eigene gefühl seiten runter werden jetzt runter geschmissen und dann sehen wir uns gleich wieder bis gleich ciao so welcome back mit den anglizismen gleich weiter zu machen ja ich habe jetzt die seiten runter genommen und habe auch schon den hals abgeschraubt das sieht dann folgendermaßen aus hier ist jetzt nur noch der body so kann man nichts besonders erkennen das einzige was ich noch nie gesehen habe eine weltpremiere und ich weiß auch nicht wofür das gut sein soll ich habe keine ahnung als ich die neck plate abgenommen habe sieht man ja die vier schrauben und eine mehr warum auch immer nicht ersichtliche vertiefung die dann auch noch blau lackiert worden ist kann man sehen ja genau und hier ist jetzt der alte hals beziehungsweise nicht der alte hals also der von der 9 square affinity jazzmaster und wie ihr seht es sind relativ dicke ich gucke immer hoch weil ich das gleichzeitig auf dem fernseher spiegeln damit ihr das alles sehen könnt relativ dicke bünde drauf jetzt im vergleich zu der affinity jazzmaster humbucker habe ich hier auch noch ein hals die sind dünner ist jetzt ein bisschen schwierig dass im vergleich beide hochzuhalten glaubt mir einfach macht keinen unterschied ich mag grundsätzlich eher dickere bünde fragen mich warum einfach vom spielgefühl her finde ich die besser warum will ich den hals tauschen ja da ich ja wie gesagt schon mal zweimal dieses modell bestellt hatte mein kritikpunkt an diesem hals und shame on you square ist der sogenannte skunk stripe also dieses hier was den halsstab mit dem halsstab eingelassen oder eingebaut und dann wird aus einem anderen material meistens in dieser dunkleren holzfarbe wird das wieder neu miteinander verleimt wie auch immer so grundsätzlich gibt es das auf ganz ganz vielen gitarren aber in diesem fall was mich total gewundert hat ist wie ihr das vielleicht erkennen könnt ich halte es mal ein bisschen so seht ihr wie grob das holz ist und das merkt ihr wenn man da jetzt mit dem finger rüber fühlt satinierter neck ahorn total schön und dann kommt ihr da drüber und denkt so hey das ist jetzt eine kante also es fühlt sich beim spielen echt scheiße an auf gut deutsch vielleicht kann man noch was machen irgendwie wenn man hier noch ein bisschen das holz poliert mit mit da gibt also schwämme irgendwie wo man ganz wenig holz auch abtragen kann irgendwie dass man das noch ein bisschen runder gestalten kann aber was bleibt ist ja die holzstruktur und das merkt ihr einfach vielleicht merkt ihr das irgendwann beim spielen nicht mehr aber wenn ihr so den hals einfach anfasst denkt ihr das habe ich auch schon in anderen videos gesehen wie gesagt ist jetzt die dritte square affinity jazzmaster aus der neuen serie und ich glaube ich hatte auch die square tele deluxe mir bestellt im burgundi mist auch wieder zurückgeschickt aber aus soundtechnischen gründen das stört und nervt einfach so und von daher habe ich mir überlegt den hals verkaufe ich es an sich ja kein schlechter hals nur mich persönlich stört dieser hintergrund hier so hier haben sie den halbstab irgendwie anders eingebaut fragen mich nicht technisch wie das geht auf jeden fall seht ihr hier kein skunk stripe und sonstiges wir haben so wahrscheinlich von der anderen seite ist hier loch drin haben den dahinter irgendwo den halbstab eingesetzt ja fühlt sich natürlich viel viel besser so und ich habe jetzt kommt nämlich das erste ding so ist das immer wenn man projekte vor hat und sich alles so schön vorstellt und dann mache ich das und dann mache ich das habe ich gerade schon bemerkt wir haben ein problem also ich habe ein problem weil ich wahrscheinlich diesen hals behalten muss der an der original square dran ist aber um meine überraschung vielleicht noch ein wenig zu erklären ist folgendes dies hier ist keine square affinity jazz master hambacher sondern das ist eine bariton gitarre könnt ihr mal in anderen videos sehen ich fand eigentlich war hier mal so ein surfgrüner corpus mit zwei war das 490 ja ich glaube schon 490 pickups drin ich fand den sound viel zu höhenreich ich fand den sound es rauschte wie sau im proberaum war total abgenervt und habe den body komplett bei ebay kleinanzeigen verkauft einer war total glücklich hat den für 200 euro geschossen und ich habe nur den hals mit der längeren mensur behalten wie gesagt guckt euch das andere video von mir an gerne erkläre ich noch mal alles beziehungsweise das erste video wo ich auf deutsch rum laber bin kein professioneller youtuber wahrscheinlich schreiben auch ganz viele irgendwie die lichtverhältnisse waren blöd und das darum geht es mir nicht versuche einfach nur wissen zu vermitteln und das ist alles auf jeden fall habe ich diesen diesen halstern drauf gemacht passt auch alles von der mensur von von den abständen ja und bin damit sehr sehr zufrieden aber auch hier waren die tuner vom werk wie heißt die square paranormal bariton 1000 namen hat die irgendwie bevor man den ganzen titel ausgesprochen hat waren die tuner richtig scheiße aber wirklich richtig direkt im müll gelandet und habe da andere eingesetzt von klusen glaube ich winchett style kostet 35 euro oder so und da hatte ich auch das problem nämlich dass die bohrlöcher nicht passen ich musste dann auch noch die bohrlöcher aufbohren oder die vorgebohrten löcher noch weiter aufbohren das war nervenzerreibend aber irgendwann habe ich es geschafft habe mir dann aber so eine schöne kleine macke sieht ja da sieht man es da an der seite noch eine kleine macke reinhauen wie gesagt so was ist mir völlig mumpe hauptsache die gitarre klingt und spielbar und macke kommen sowieso rein aber was ich sagen will der hals passte der passte von dieser bariton passte super auf die square affinity jazzmaster und jetzt leute wollte ich gerade auf die einen square affinity korpus den alten affinity hals drauf machen und er passt nicht und das mal gleich mal gucken wie ich das irgendwie hinkriege wartet mal ich suche mal eine andere kameraeinstellung machen wir mal kurz noch mal auf pause hier so so könnte es vielleicht besser sehen und auch meine klauze so ja ich habe mir schon gerade als ich in der pause das einmal kurz angetestet habe hier so eine kleine kleine wo ist denn da eine kleine macke da rein gehauen das ist mir eigentlich auch mumpe aber ich möchte dass dieser hals darauf passt das problem hatte ich ehrlich gesagt noch nicht über helse habe ich noch nicht so viele tauschen wollen normalerweise es ist kein problem dass man die einfach einsetzt aber da fehlt so viel wir reden jetzt hier nicht irgendwie von keine ahnung halben millimeter oder sonstiges da würde ich wahrscheinlich wenn ich das jetzt einfach mit gewalt versuche wird dieses stück und das ist ja ein sehr sehr wichtiges stück hier das ist ja total dünn das hier würde ich dann wahrscheinlich abbrechen so und das ist ja nicht sinn der sache ich kann es jetzt gerade noch einmal probieren aber ich täusche mich ja nicht egal wie ich es probiere dieser hals passt definitiv da fehlt echt einiges also wir reden hier bestimmt mindestens von ein bis zwei millimeter ja es ist so wie es ist dass den schritt hätten uns quasi sparen können sehr sehr schade das heißt ich muss mit diesem skunk stripe leben ja der passt hervorragend und das ist ja auch der alte naja schrauben wir den gerade mal dran und kann ich in der zwischenzeit vielleicht auch noch ein paar andere wichtige infos die ich so gesammelt habe in den letzten 30 jahren weitergeben sprechen wir doch über das spannende thema tonholz es gibt ja dazu maligfaltige videos auf youtube es gibt ja wie ihr wisst es gibt erle body esche body mahagoni dieses poplar ich weiß gar nicht was es auf deutsch übersetzt eher so eine günstige variante ich glaube das ist auch poplar ich bin mir relativ sicher dass bei der alten affinity jazz master sogar ein erle corpus war aber das sind alles so sachen die sammle ich nicht unbedingt was ich damit was ich sagen will ist behaupten ja einige tonhölzer mahagoni klingt anders als erle und er klingt wieder anders als esche und hast du nicht gesehen dafür müsste man ja folgendes experiment machen dafür müsste man ja quasi in dem fall jetzt zum beispiel von dieser affinity jazz master hier den gleichen corpus in der gleichen bauform also exakt den gleichen nur aus mahagoni haben und halt den hier und dann müsste man die gitarre auch exakt gleich einstellen gleiche seitenstärke pick up höhe etc pp ich glaube irgendjemand hat das auch mal gemacht glaube sogar ein deutscher youtuber wenn ihr alles täuscht und er hat auch gesagt er hört einen unterschied naja gut ihr werdet jetzt dieses video ja sowieso euch wahrscheinlich über kopfhörer oder über ein smartphone anhören also ich aus meiner erfahrung kann sagen ich habe da noch nie irgendwie ein unterschied wirklich raus gehört es mag leute geben die das können ich bezweifle das ganz ehrlich einfach ich bezweifle es einfach ich weiß es nicht ich möchte eigentlich hier in dem video über sachen sprechen die ich wirklich weiß aber an anderen sachen habe ich dann auch einfach mal zweifel so vor allem im blind test kennt vielleicht den kanal endertens das ist jetzt keine werbung sondern einfach finde ich ganz amüsant was die beiden jungs da machen und die haben ja ganz viele blind tests guckt euch einfach mal an das ist echt ganz witzig ich glaube auch nicht dass die gefakt sind weil manchmal auch oder nicht nur manchmal ganz oft die machen dann keine ahnung fangen dann an mit der günstigen squire variante dann mit so einer art mexican fender dann mit einer american fender und jemand guter guitarist spielt ihr dann blind an und ja und da kommt manchmal sehr erstaunliche ergebnisse raus so der ist wieder dran dann werde ich vielleicht mal irgendwann update machen und mal berichten wie ich das hingekriegt habe in diesem skunk stripe aber wie gesagt das hat was mit dem mit dem material zu tun also ich würde jetzt sogar behaupten dass bei der anderen leck classic blue die ich hatte die kanten noch viel krasser waren wenn ich die zeit noch habe weil ich muss meine kinder heute noch abholen von der schule und kita mache ich das vielleicht noch kurz ob das irgendwas bringt ansonsten lasse ich es weil wie gesagt könnte ein sehr langes video werden so das hätten wir dann wieder dran was ist das nächste was ich mache naja wenn diese Gitarre abwerk kommen und meine das ist eine relativ neue gitarre die wird noch nicht lange rumgelegen haben dann trocknet das holz aus dieses hier oder das ist dreckig von den fertigungsarbeiten in der gitarrenfabrik wo die dinger zusammengedengelt werden und was man denen dann natürlich gönnt ist ein bisschen lemon oil da wird jetzt auch wieder jeder was anderes berichten manche hauen da tonnen drauf ich mach da nur so ein bisschen so sieht dieses zeug aus das ist irgendwie auch keine ahnung von wem auch immer kriegt ihr auch bei tomat und anderen musikern er hält für eine ewigkeit weil im endeffekt braucht ihr nur ein paar tropfen da habe ich hier noch eine alte wolle socke von mir die ich nicht mehr gebrauche dann tupfe ich in jedem bund ein bisschen rein und ihr seht ja schon das sieht man ja sogar sehr sehr gut dieser tropfen reicht übrigens für alle bünde das ist immer noch was an socke an der socke an der socke dran verschließen das mal wieder gerade das zeug sollte nicht unbedingt in das sofa kommen komm so und dann verreiben wir das hier schön überall einmal ja und manche werden jetzt sagen so und dann lasse ich das irgendwie über nacht stehen und das richtig tief in die poren ein zieht kann man alles machen ich mache es nicht weil dieses holz eigentlich vor allem wenn es trocken ist dieses öl relativ schnell aufnimmt kann er auch ruhig einmal kurz über die bundenstäbchen gehen kann auch nicht schaden so normalerweise würde ich dass ich mir jetzt vielleicht einen kranken kaffee machen wird vielleicht noch so lange einblick zeit würde ich dann wohl dem hals dann doch noch eingestehen wollen aber das mache ich jetzt nicht sondern ich nehme jetzt wieder eine trockene stelle vom socken und gehe da jetzt nochmal drüber und wie gesagt das reicht auch das könnt ihr vielleicht irgendwie einmal im jahr machen irgendwie im winter vor weihnachten ist ja immer eine schöne zeit wenn man vielleicht mal so zeit hat solche sachen dann auch zu machen und sich dann nicht nur um frau und kinder zu kümmern und dann nochmal um seine gitarren so gut das hätten wir lass uns nur ein bisschen einwirken fertig ist der lack so dann haben wir ja vorhin drüber gesprochen wir wollen ja jetzt an diese schrauben da hinten dran kommen um die brücke besser fixieren zu können ja das werden wir auch tun aber machen jetzt noch einen kleinen zwischenschritt und wie gesagt ich habe hier kein drehbuch die sachen die mir dann spontan einfallen die ich finde die wichtig sind die haue ich dann auch einfach mal raus an der stelle sprechen wir über diese tonabnehmer und zwar sollen das ja jazzmaster pickups sein könnt ihr euch auch ganz viele videos zu angucken wie sehen jazzmaster pickups aus das sind keine jazzmaster pickups also zumindest keine klassischen die ihr auf teuren fendermodellen oder so findet das sind p90 mit einem jazzmaster cover so ist das schlimm nö das ist auch nicht schlimm weil manche mögen eher p90 manche mögen jazzmaster manche mögen hambarker single coil ach was es da alles gibt so das ist reine geschmackssache ich finde es nur wichtig darauf hinzuweisen in irgendwelchen foren oder unter youtube videos streiten sich da irgendwie leute drüber man weiß immer nicht welchen hintergrund haben die behaupten die einfach irgendwas was auf irgendeiner webseite steht oder sonstiges ich kann euch nur folgendes sagen wenn das wirkliche jazzmaster pickups wären ja dann haben die keine pole pieces die schraubbar sind ja sondern habe jetzt hier keine da das master aber ich könnte euch mal vielleicht zum vergleich das hier zeigen ja dann wären die hier so flach wie ihr das hier auf dem ding auf diesem hamburg ihr sehen könnt so und nicht verschraubbar an der stelle der vorteil von diesen verschraubbaren oder von diesen schrauben man kann sie in der höhe theoretisch einstellen so zum einstellen pickups komme ich noch aber da sind theoretisch auch noch fein justierung möglich so genau ich finde die pickups also ich meine wir reden immer noch über 250 euro finde ich die sehr gut so ich hätte jetzt wenig ambitionen die tauschen zu wollen ich weiß ja auch schon wie sie klingen ich hatte ja schon im proberaum mit erinnere mich ein bisschen an die g meskis squire jameskis jazzmaster die hatte ich auch jahrelang gespielt bis ich den sound einfach leid war das ist einfach so ansonsten eigentlich eine super gitarre die hat auch diese verschraubbaren pole pieces so und daran erinnert mich die funktion ein wenig folgendes problem bei diesen pickups ist aus meiner sicht gar nicht der klang sondern die limitierten einstellmöglichkeiten so die sind jetzt ab werk wie sind die eingestellt klassischerweise der rich pickup ein bisschen höher als der hals pickup und sie haben die gitarre jetzt so eingestellt dass die pole pieces in höheren lagen näher an den seiten sind und zu den tieferen lagen hier eher dann flacher sind also es leicht aufsteigend hier so warum die das so machen keine ahnung ich will euch nur folgendes sagen wenn ihr euch eine gitarre bestellt und die kommt bei euch an so und aus meiner erfahrung auch völlig wurst wie teuer die war die gitarre dann sind die einfach unterschiedlich eingestellt da arbeiten verschiedene mitarbeiter kann sein dass die eine vorgabe haben und sagen so vorne muss so und so viel millimeter da muss so und so viel millimeter wie gesagt ich habe auch dreimal das gleiche modell bestellt mal gehabt und die war immer anders eingestellt also nicht dass ihr denkt ihr bestellt euch eine gitarre und da hat jemand gesessen und hat stunden in diese gitarre investiert und hat die exakt eingestellt und super vergesst das also ich es kann sein ich hatte noch keine und das muss ich ganz ehrlich dazu auch sagen ich hatte noch keine fänder american hatte ich hatte mexikon modelle ich hatte viele squires und so kann sein dass das ab 1200 2000 euro aufwärts dass es da so ist dass da menschen sitzen die sich diese zeit nehmen in den modellen die ich hatte und die ich inspiziert und eingestellt habe muss ich einfach sagen da hat nie jemand irgendwas eingestellt beziehungsweise nur grob dass die gitarre spielbar ist meistens mit einer sehr hohen seitenlage und aber nicht dass sie unbedingt klingt weil diese einstellen der pickups wie gesagt da komme ich gleich noch zu das kann ja jeder so einstellen wie er will und das weiß derjenige der zusammenschraubt ja auch nicht was man für einen sound unbedingt haben möchte an der stelle ja was ist an diesem pickups nicht gut einzustellen ich zeige euch jetzt mal ja auch wieder die die square nehmen die andere in diesem fall hier braucht ihr nur an dieser schraube zu drehen könnt ihr die seite des hangbackers hoch und runter fahren und hier an der gleichen stelle auch das gibt es auch mit zwei schrauben da könnt ihr auch noch die neigungswinkel ihr seht ja das gibt es hier nicht deswegen ist dieser hamburg ein bisschen wackeliger könnt ihr das auch noch einstellen bei diesem modell und wir reden jetzt über traditionelle gitarre also diese gitarre und ich weiß gitarre sind ja auch traditionalisten dieses modell beziehungsweise das klassische jazz master modell ihr wisst mit der anderen brücke mit der langen brücke wurde glaube ich wie gesagt 1958 gebaut so und seitdem eigentlich nicht verbessert sondern all die fehler die 1958 bei der konstruktion dieser gitarre einfach passiert sind ja wurden nicht verbessert ja klassischerweise ich kann die jetzt euch nicht zeigen in bildern habt ihr dann diese brücke mit diesen rillen drin dann sagen immer alle da springt er aber immer raus irgendwie wenn man dann die seiten stärker zieht dann springen die aus den seitenreitern raus dann sind viele darüber dazu übergegangen und haben eine mustang bridge eingebaut bei jazzmaster wo diese rillen halt nicht sind die hat dann wieder andere nachteile und letzten endes könnt ihr ein fender modell für 3000 euro holen das hat diese gleiche beschissene brücke mit diesen rillen und dann könnt ihr noch starke seiten aufziehen wie ihr wollt trotzdem ist es ja ein konstruktions fehler ja es wurde also nie ein upgrade gemacht nicht wirklich und das gleiche betrifft auch diese verschraubung der sogenannten jazzmaster pickups die sind hier mit vier schrauben verschraubt ja die könnt ihr lösen oder ihr könnt versuchen zu lösen ich kann das auch gleich mal versuchen und die sind sehr limitiert was den winkel angeht der einstellung weil und wir gucken uns das gleich mal an ich würde sagen das machen wir mal gar nicht nur kurze pause ich schraube das ganze ding mal ab und zeige euch mal was sich dahinter verbirgt darunter verbirgt und wie die ja diese jazzmaster pickups warum die nicht gut einzustellen sind so ich habe die schrauben gelöst und habe jetzt hier das pickguard in der hand wie ihr seht hat das pickguard nur ganz hinten bei den potentiometern ein bisschen ein klecks eine andeutung einer abschirmfolie da das single coil sind irgendwie würde ich jetzt eigentlich im nächsten schritt aber wie gesagt das springt dann wahrscheinlich den rahmen weil dann reden wir schon vom profi setup das pickguard auch noch mit abschirmfolie bekleben so genauso wie im body selber ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt ja da ist auch keine abschirmfolie drin da würde ich dann auch noch welche rein kleben ansonsten das positive ist dass hier große potentiometer verwendet werden so dass es einfach qualität ob die dann wirklich so gut dann sind wie marken weiß kein mensch müsste ich nochmal antesten aber das ist finde ich schon mal ein guter schritt von squire weil in ganz vielen alten modernen modellen wurden halt kleine potentiometer verbaut so immer ein bisschen vorsichtig sein dann nicht so dran rumreißen weil wenn sich da irgendwelche lötstellen lösen das wäre nicht so schön jetzt muss ich gerade gucken ich habe ja dann merkt man wieder dass ich kein profi bin an der stelle um die schrauben von den sogenannten jazzmaster pickups zu lösen brauche ich einen anderen schraubenzieher so haben wir einen etwas anderen kamerawinkel benutzt um das ganze ein bisschen semi professionell aussehen zu lassen ja und ich habe die gitarre gedreht damit ihr auch besser drauf gucken könnt dann würde ich sagen lösen wir gerade mal diese schrauben und auch schon beim lösen der schrauben geht der pickup jetzt ein bisschen hoch und dann über ende gelände warum ist das so warum ist das bei den hambackern die ich vorhin gezeigt habe warum funktioniert das da und warum funktioniert das da hier nicht das geheimnis liegt unterhalb der pickups hier ist schon loser falls ihr euch übrigens fragt mensch was ist das für geile musik da im hintergrund das sind the chameleons aus england mit ihrer 1983er debutscheibe script of a bridge eine der geilsten aus meiner sicht geilsten bands oh da löst ihr das schon direkt interessant und die ganzen federn fliegen hier durch die gegend hier alles mal schnell retten da ist auch noch eine feder hier ist auch noch eine feder gott sei dank bleiben die manchmal wie auch hier in diesem fall an den magneten hängen ja und auch hier seht ihr da ist nichts mit 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 schildfolie ihr wisst schon ne abschirmfolie genau so sieht der jazzmaster pickup aus und unterhalb seht ihr dieses aufgeklebte den aufgeklebten schaumstoff der ist natürlich von der höhe jetzt limitiert weil wenn ich den jetzt da reinsetze die haben dann auch noch schön die die kabel da mit rein gedrückt das ist natürlich auch nicht es gibt richtige abdrücke auf dem auf dem schaum das sollte aus meiner sicht auch nicht sein sondern diese kabel gehören eigentlich hier in das andere fach ja ja wurde jetzt alles nicht sehen was ich hier gerade mache ist auch zu anstrengend naja auf jeden fall wenn ich den jetzt da so reinsetze so höher geht er halt nicht naja jetzt müssen wir uns die seite noch vorstellen es kann auch sein dass es hoch genug ist aber höher geht er halt nicht runter ja ist dieser schaumstoff halt ziemlich hart also selbst wenn ich jetzt mit meinem Gewicht versuche diesen pickup runter zu drücken es ist fast unmöglich so das heißt wenn euch wenn ihr diesen pickup runter schrauben wollt mit diesen vier Schäublein hier ich zeige euch nochmal wie das hier ganz so aussieht so die Folie kann man auch schon mal abnehmen weil wie gesagt ich behalte diese Gitarre auf jeden Fall dafür werde ich da auch zu viel Arbeit reinstecken eine Schraube schon verloren gegangen ne hier haben wir noch eine so wenn das jetzt wieder da drüber ist und die Schrauben sind nur mit dem Holz verschraubt und ihr versucht die runter zu drücken dann macht ihr euch die Schraubenköpfe kaputt weil so viel Druck kann eine Schraube da nicht aufbauen um diesen Schaumstoff da runter zu drücken so das finde ich das ist bei allen Modellen so finde ich totale Kacke und da hat einer überhaupt nicht nachgedacht was ich mache ich mache es nicht jetzt weil wie gesagt dann sitzen wir morgen noch hier ist das ab weg damit abreißen die sind nur verklebt da könnt ihr nichts dran kaputt machen und dann nehme ich einen herkömmlichen Haushaltsschwamm die kennt ihr ja diese gelben mit der blauen harten Seite mit denen man Pfannen schön kaputt machen kann den schneide ich mir zurecht in der richtigen Größe dieses schwarze ach die schwarze dieses blaue dieses schwarze blaue harte Zeug unterhalb des Schwamms das schneide ich komplett ab dass ihr nur noch dieses gelbe manchmal gibt es die Schwämme auch in grün nur noch das hat weil das ist viel elastischer als dieser harte Schaumstoff hier so und den packt ihr euch dann da rein ja der kann auch ruhig über diese Pro Pieces oder diese Schrauben hier laufen das macht nichts ihr könnt es aber auch so ruhig zurecht schneiden das macht alles überhaupt nichts weil damit macht ihr nichts kaputt ihr könnt das ruhig in der Größe dieses Faches machen packt das dann da rein ja und dann müsst ihr und wenn ihr dann alles wieder zusammengebaut habt und ihr schraubt dann runter vor allen Dingen und aber auch hoch sind diese Schrauben viel leichter zu drehen und viel leichter zu justieren als jetzt weil wie gesagt das ist unfassbar ich drücke und drücke und ich kriege die kaum runter das wäre sozusagen mein wie heißt das Lifehack mittlerweile um noch einen Anglizismus unterzubringen das wäre in dem Fall mein Tipp ich mache das jetzt nicht weil wie gesagt so viel Zeit habe ich nicht muss ja noch die Kinder von der Schule und Kita holen ok machen wir hier gerade einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder So wir sind wieder on air ja ich habe wie gesagt den Pickup jetzt wieder rein gesetzt muss gleich noch die ganzen Schrauben festmachen und habe die Zeit genutzt und wollte diese Folie hier noch ab machen die immer natürlich zum Schutz dient aber auch nervig abzumachen ist ähm und habe dann folgendes festgestellt und zwar habe ich diesen Tonregler relativ einfach hier abziehen können aber den nicht was macht man da in der Vergangenheit war ich so dumm und habe dann nämlich hier Zangen benutzt und hast du nicht gesehen und Metall und Holz ist keine gute Kombination immer wenn ihr Werkzeug in der Hand habt und daran rumschraubt an der Gitarre seid dabei vorsichtig wenn ihr hier Schrauben festzieht ihr rutscht ab und dann habt ihr so schöne Kratzer auf der Gitarre die mich wie gesagt nicht stören aber so einen richtig fetten das muss ja auch nicht unbedingt sein ja wie kriegt man die ab ja habe ich auch durch YouTube erfahren YouTube hat tolle Ideen und zwar nehmt ihr einfach ein ganz normales Tuch in dem Fall habe ich hier mal gerade ein Trockentuch aus der Küche geholt und dann geht ihr da drunter das ist der Folie natürlich jetzt echt schlecht und dieses Trockentuch hat auch einen echten dicken Rand dass ich da fast gar nicht drunter komme zieht das da einmal so rum dann will man mal was zeigen und dann merkt man es funktioniert mit dem Trockentuch nicht unbedingt habe ich hier noch ein anderes Tuch okay so geht es auch ja ihr habt gesehen es funktioniert also mit einem anderen Trockentuch wäre es vielleicht einfacher gegangen so jetzt kann ich hier die restliche Folie die Nerf hier auch abziehen das gerade abziehen machen so und eigentlich könnte ich doch jetzt auch schon gerade auf diesem Wege diese aus meiner Sicht nicht schön durch die von Harley Benten ersetzen die auch eh schon gerade dabei sind und vielleicht fällt mir dann noch irgendwas spannendes ein was ich noch erzählen kann bevor wir gleich endlich zu dieser Geschichte hier kommen die ehrlich gesagt total nervt ich weiß gar nicht ob das letztes Mal auch so war und ob ich die Seitenreiter einfach nur gedreht habe um an diese Schrauben zu kommen aber naja so da muss man ein bisschen vorsichtig sein beim auspacken weil da sind Madenschrauben drin weiß nicht ob man das sehen kann ähm ja manchmal liegen die schon einzeln ähm in dieser Verpackung drin rum ähm oder die fallen kurz vorm rausfallen und die findet ihr wahrscheinlich ich hab das mit dem Scharf stellen hier äh findet ihr wahrscheinlich dann so schnell nicht unbedingt äh wieder so ach ich kann das nicht ich werde aber ich werde auch nie ein professioneller YouTuber werden will ich auch gar nicht dafür habe ich gar keine Zeit und einfach keinen Willen vielleicht kann ich mich nur wiederholen in dem Video geht es darum und ich möchte jetzt auch nicht tausend Tutorial Videos machen dazu fehlt mir auch die ja seht ihr guck mal hier fliegt nämlich die Madenschraube in der Verpackung rum ähm mal vorsichtig rausnehmen weil wenn die auf diesem Teppich fällt den wir hier haben dann findest du die nie wieder so vorsichtig da wieder rein drehen mit der richtigen Seite am besten so bitte ey diese Fummelarbeiten hasse ich ja wie die Pest halt einfach so reinsetzen und das versuchen mit dem Schraubendreher da irgendwie rein zu drehen ja geschafft ach ich finde die sehen viel cooler aus hier echt nochmal der Direktvergleich auch von der Größe her ja kann man ja ganz gut sehen und wie gesagt kosten nix ne so weg damit jetzt muss ich natürlich auf Anschlag drehen hier beide sonst stehen die Zahlen nachher nicht dann mach es ungefähr nein Volumen ist vorne und machen wir erstmal einen fest so ungefähr auf 10 dass die 10 auf mich zeigt kann man aber machen wie man will und jetzt die Madenschraube fest ja guck mal Leute das sieht doch echt cool aus dasselbe mit dem Tonregler ungefähr auf 10 sieht doch schöner aus wenn wir ach so die Schraube steht ein bisschen das mit dem Hals ärgert mich übrigens immer noch dann werde ich den anderen wohl verkaufen warum steht das jetzt eigentlich ab ich weiß es nicht hier ist es höher als bei dem anderen das gefällt mir nicht was ist hier passiert mal lösen naja fällt von vorne nicht auf bei den anderen hat es besser geklappt da die gerade nochmal herangezogen hier habe ich die ja auch dran hier sind die eigentlich liegen die fast plan auf komisch naja so wie oft habe ich eigentlich schon so in dem Video gesagt ich hoffe noch nicht allzu oft dann verschrauben wir mal gerade schnell das Pickguard und dann mache ich da mal eine Pause weil das ist ja langweilig für euch so die schon wieder so was haben wir sonst an hello again ja Pickguard Schrauben sind alle wieder dran jetzt versuchen wir dieses Problem hier zu lösen und alle Schrauben ein wenig vorzudrehen die Seitenreiter jetzt soll ich die Hand wegnehmen um an diese Schrauben zu kommen und wie gesagt ich kann mich nicht daran erinnern und es ist ja erst einige Wochen her dass ich das gleiche Modell hier schon hatte dass ich das auch so gemacht habe ich glaube ich habe die einfach so gedreht oder so ich weiß auch noch nicht mehr kriege ich jetzt nicht hin so dann legen wir mal die Schrauben frei die auch noch und ich hoffe dass sich die Arbeit jetzt auch lohnt und nicht dass die eh schon ganz fest angezogen sind weil dann war das jetzt einfach mal sinnlos an der Stelle vielleicht rede ich in der Zwischenzeit mal über Seitenstärken das ist ja auch so ein Thema für sich das ist ja schon seit Jahrzehnten jetzt ein Trend da kann man ja gar nicht mehr von Trend sprechen das war jetzt schon immer so gefühlt das ab Werk und ich rede jetzt vor allem von den Fender Squire Modellen immer 9er Seiten drauf gepackt sind egal ob es eine Stratocaster ist da kommen wir gar nicht richtig dran egal ob es eine Stratocaster ist oder ob es eine Telecaster oder eine Jazzmaster ist da sind immer 9er Seiten drauf jetzt wird wieder der eine sagen ja aber 9er Seiten sind doch geil spiele ich nur weil ich mache auch viel Bendings und 9er Seiten ja mag alles stimmen ist bestimmt auch richtig nur für mich ist der Standard eigentlich 10 bis 46 so und da drunter sind 9er eher dünne Seiten und 11 bis 52 oder so sind eher dicke Seiten klassischerweise das hat einen Sinn mit der anderen Brücke Jazzmaster macht man eigentlich 11er Seiten drauf um mehr Druck auf den Steg zu haben damit die Seiten da nicht so raus plingeln so schauen wir mal die war ziemlich fest die auch und die die auch ja ist alles bombenfest hätte ja auch anders sein können macht das aber auf jeden Fall dass die Brücke richtig fest mit dem Body verbunden ist wo wir bei Gitarrenseiten waren das wäre jetzt für mich der nächste Schritt wie gesagt da sind 9er 9 bis 42er Seiten drauf dementsprechend wurde dieser Plastiksattel jetzt weiß ich nämlich auch mal wer aus deutsch heißt Sattel auch gekerbt ja in den entsprechenden Seitenstärken wenn ihr da jetzt 10er drauf packt das wird vielleicht noch gehen nach meiner Erfahrung wenn ich da jetzt 11er was ich auch schon ausprobiert habe drauf packen würde dann sind diese Ritzen zu klein das heißt die Seite liegt dann auf ich habe den Namen schon wieder vergessen das nennt man ach Kinder so ist das mit professionellen YouTubern auf jeden Fall liegt die Seite Sattel liegt die Seite dann hier auf dem auf dem Sattel auf und eiert da rum und siert da rum das ist keine gute Idee von daher 10er gehen meistens noch ansonsten müsst ihr halt euch Pfeilen besorgen die gibt es in allen Stärken und nicht tiefer machen bloß nicht sondern dass ihr ganz vorsichtig sozusagen diese Ritzen nur dann erweitert also in der Breite breiter macht aber nicht in der Tiefe weil er es in der Tiefe macht dann könnte es sein dass ihr nachher Probleme habt mit dem Einstellen der Seitenlage etc. pp. so dann Seiten aufziehen kann man da was verkehrt machen ja auf jeden Fall kann man da was verkehrt machen das sind übrigens die Standardseiten die ich immer verwende ich finde die super andere finden vielleicht andere super aber diese finde ich eigentlich total super von Dardario 1046 ich würde lieber wenn es denn ginge ich habe aber auch keinen Bock mehr jetzt hier an dem Sattel rumzuschauen oder rumzusägen oder rumzufeilen eigentlich eher Elber drauf packen wollen weil diese Gitarre schon sehr höhenreich ist und weniger besser hat so das ist bei Single Coils eigentlich immer so so dann wollen wir mal anfangen was kann man alles falsch machen beziehungsweise vielleicht machen wir es eher positiver wie macht man es richtig und das ist jetzt keine Besserwässerei sondern einfach Erfahrung so jetzt geht es schon los und das hier müssen wir auch noch die Folie abziehen das ging ja einfach so dann stecken wir das Ding mal da durch und hier wird es schon schwieriger ja das geht nämlich schon hier wird gut durchgekommen bei dieser Art von Vibrato Einheit die da durch diese Löcher zu friemeln das geht bei Telecastern und sonstiges viel viel einfacher so ich ziehe das ganze mal ein bisschen rüber mit der Kamera dass wir jetzt mal hier liegen so das sind ja wie gesagt Split Shaft das heißt man steckt die von oben rein und dreht wenn ich das jetzt machen würde und ihr seht ja wie diese Seite hier lang eiert so viel Windung kriege ich überhaupt nicht hier drauf so das heißt die Seite muss definitiv gekürzt werden wie viel muss ich die kürzen ja ich kann es euch nicht in Millimetern sagen da gibt es auch Anleitung Tricks ich gucke jetzt erstmal wie weit geht die Seite da rein guck mal so weit geht die Seite da schon rein also das heißt diesen Abstand müsst ihr bei diesen Split Shaft zumindest tunern immer mit berechnen so bei den anderen zieht ihr ja die Seite quasi hier durch so ein Loch durch ne so und dann seht ihr ja ungefähr wie viel Platz die Seite nach hinten noch hat das ist in diesem Fall weiß man es nicht ich würde jetzt mal vom Gefühl sagen ich gehe mal bis zum zweiten Tuner vom Abstand her jetzt ist eh zu spät so dann stecken wir das Ding mal da rein einmal einklemmen und dann drücke ich und ziehe zeitgleich ich weiß nicht ob man das so sehen kann zeitgleich die Seite hoch also nicht so und fange jetzt an zu drehen sondern ich baue von Anfang an Spannung auf die Seite auf so die ist jetzt hier hinten wie man das sehen kann ist sie jetzt stark gespannt ja so genau ihr seht ihr das so mache ich das ich hänge herunter und gleichzeitig ziehen ja und dann fangen wir mal an zu drehen ne da kann man drehen jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel falsch machen und was es eigentlich zu vermeiden gilt was jetzt aber auch nicht so mega schlimm ist viel wichtiger ist dass man gleich nämlich die Seite dehnt ist dass es nicht zu viele Windungen sind vor allen Dingen nicht bei den Seiten da gibt es auch einen englischen Fachausdruck der mir jetzt gerade nicht einfällt aber ihr seht ja dass die dickeren Seiten noch so gerillt sind ne die haben so eine Rille hört man auch schön und nachher die dünneren Seiten haben das ja nicht die sind ja total glatt da ist es nicht so wichtig aber eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel umdrehen so das klingt doch schon ganz gut dementsprechend mache ich das jetzt weiter und wenn ich die Seiten aufgezogen habe dann melde ich mich gleich wieder ach komm ich habe mir gerade überlegt während ich die Seiten aufziehe was könnte man denn noch für Fragen an mich haben und was ich ganz oft in Foren lese diese ist mehr oder weniger so eine Einstiegsfrage was ist die richtige Gitarre für mich tja da finde ich es ganz entscheidend übrigens auch bei Kindern Jugendlichen wenn ihr Eltern seid oder sonstiges die sollen sich die Gitarre aussuchen und diese erstmal optisch cool finden so ja das ist jetzt eher so die Kinder-Jugend-Abteilung wobei ich auch sagen muss wenn ich eine Gitarre in der Hand habe die kann noch so geil klingen und ich finde die optisch dann würde ich die nie kaufen oder mich damit auf eine Bühne stellen also die muss optisch schon gefallen an der Stelle grob kann man ja sagen es gibt natürlich P90 nochmal so ein bisschen als Zwischending das ist ein sehr output starker Single Coil im Endeffekt aber grob gibt es ja Single Coils und Humbucker Klassischerweise drei Stück in der Stratocaster und eigentlich auch klassischerweise in der Telecaster und Humbucker kennt man ja meistens von Gibson, Les Paul aber mittlerweile gibt es alles es gibt glaube ich jeden Gitarrentyp mit jeder nur möglichen Pickup Option aber ich habe ja vorhin eingangs schon gesagt gefühlt vor vier Stunden erstmal einen guten Verstärker kaufen wenn man natürlich ähm es bieten sich einige Gitarren aber dann wirklich mit der klassischen Pickup ähm Konfiguration natürlich für bestimmte Musik Genres total an so also nicht ohne Grund spielen in vielen Country-Bands ein Gitarrist eine Telecaster ja oder viele Rock-Gitarristen nenne ich das jetzt mal Gitarren mit Humbuckern oder eine Gibson, Les Paul oder was auch immer das Problem ist wenn ihr zum Beispiel sagt naja ich mache Heavy Metal aber ich finde Stratocaster vom Optischen so geil dann werdet ihr Probleme kriegen weil die Single Coils in der Stratocaster klassischerweise nicht so einen hohen Output haben das heißt wenn ihr gewisse Lautstärke bei einer Verstärker haben wollt müsst ihr einen Verstärker dementsprechend laut drehen dann rauscht es wie Sau wenn ihr verzerrt dann müsstet ihr dann noch einen Rauschunterdrücker in eure Effekte da einbauen ähm ja also da muss man schon einiges modifizieren um zu sagen ich stelle mich mit einer klassischen Stratocaster auf die Bühne und mache damit Heavy Metal so was kann man machen wenn hinten in der Stratocaster und dann sind wir aber wieder bei anderen Konfigurationen hinten in der Stratocaster äh ein Bridge-Humbucker drin ist also ein Humbucker der natürlich viel Output stärker ist ansonsten ne es gibt ja auch immer die Fragen und ich verstehe diese Fragen ich hatte diese Fragen auch damals alle ne ich hatte zum Beispiel meine allererste Gitarre war eine Sebring äh irgendein koreanisches Ding keine Ahnung irgendwie die war in einem katastrophalen Zustand was ich damals gar nicht wusste habe mich damit auch auf die Bühne gestellt und äh fand halb akustische und finde die auch heute noch ziemlich geil äh auch vom optischen vor allen Dingen ähm die war komplett hohl und normalerweise jetzt in den aktuellen äh halb akustischen Gitarren ist da noch Holz in der Mitte verleimt weil man sonst Feedback ohne Ende hat so und dann stand ich da in meinem Proberaum mit meinem ersten Marshall Verstärker mit dieser halb akustischen Gitarre und immer wenn ich verzerrt gespielt habe egal wie weit ich mich da vom Verstärker entfernt habe Rückkopplung bis der Arzt gewunken hat und ich dachte die Gitarre ist kaputt ne also nur mal dazu wo ich äh wissenstechnisch damals gestanden habe äh und dachte irgendwie das funktioniert doch alles oder einfach 1152er oder noch dickere Seiten drauf gepackt habe weil die mir zu dünn geklungen haben aber dann irgendwie keine weiteren Einstellungen vorgenommen das sind dann alles so Sachen die passieren also Gitarrenkauf muss euch gefallen und das muss natürlich zu dem Sound oder zu dem zu dem ja zu der Art von Musik die ihr spielt einfach passen so wenn ihr natürlich irgendwie äh ganz viel Clean Sound spielt ja äh und bietet sich ja zum Beispiel auch eine Single Coil Gitarre total an ich zum Beispiel persönlich mag überhaupt keine Stratocaster so das geht beim optischen los ich finde die nicht schön ich würde es mal so formulieren ich finde die einfach nicht schön Stratocaster ich finde den Klang vor allem in der Zwischenstellung aber brillant das ist so ein schöner Clean Sound den nur eine Stratocaster in der entsprechenden Pickup Konfiguration hin bekommt aber ich würde in meinem Band Kontext in meiner Band mit meinem Verstärker und sonstiges was ich vorhin schon angeführt habe das würde einfach nicht klingen so für zu Hause um einfach irgendwie schöne Sound Teppiche zu machen clean was zu zupfen zu spielen oder so finde ich geht nichts äh geht nichts immer eine Stratocaster an der Stelle ähm aber ich bin da ja eh ein bisschen anders gestrickt als viele weil das habe ich noch gar nicht gesagt ich immer nur über den Hals Tonabnehmer spiele so das fing mit der ersten Gitarre an und es hat sich fortgesetzt ich mag den Klang und wie gesagt hunderte von Gitarren gespielt ich mag den Klang eines Bridge Humbuckers oder Single Coils überhaupt nicht ist mir einfach immer zu grell zu wenig Bässe das hat ja mit der Lage des Tonabnehmers zu tun ja umso weiter sieht man das jetzt hier ja also wenn ihr hier einen Ton abnehmt oder ob der Ton hier abgenommen wird oder ihr mal hier hinten mal spielt das klingt ja jetzt auch schon unterschiedlich wo ihr das anschlagt und dementsprechend schwingt da ja auch die Saite deswegen klingt der ja immer heller greller ganz oft wird der verzerrt mit dem Stickhambacker gespielt und Soli dann mit dem Halshambacker ähm so aber ich spiele nur über die Halsposition ich denke dass die Saite gerissen ist tja was macht man da eine neue Saite aufziehen soviel zum Profi gehabe wo ist die denn jetzt hingeflogen ja gut dass wir noch noch welche haben man sollte immer ich kaufe mir immer diese dreierpacks gleich sonst würde ich mal gleich eine Petto haben übrigens ist ein top Wetter draußen ich gehe hier total ein in der Sonne äh aber eine gewisse Opferbereitschaft muss man schon an den Tag legen wenn man den Leuten da draußen helfen möchte so dann frieren wir das mal ab ja ich bin sehr gespannt also ich bin auch immer offen für Kritik und sonstiges aber schreib bitte nicht so Sachen rein weil da reagiere ich gar nicht drauf oder würde ich auch wahrscheinlich direkt löschen weil ich das immer total albern finde mit Kamerawinkel und sonstiges oder Quatsch nicht so viel in dem Video geht es um Quatschen in dem Video geht es darum die Sachen die mir aus den 30 Jahren einfallen euch zu vermitteln weiterzugeben wir kommen ja gleich noch zum zum Einstellen der Seiten zum Einstellen und so weiter da kommen wir ja gleich noch zu äh und ob der Kamerawinkel stimmt oder ob irgendwas unscharf ist wie gesagt ich will jetzt das Video auch nicht dass der Eindruck entsteht und ich hoffe der Eindruck ist nicht entstanden dass ich einfach hier nur so hingerotzt habe aber ich bin kein professioneller YouTuber ich kann es nur wiederholen also diese Kommentare in diese Richtung irgendwie äh wie gesagt lasst doch einfach weg guckt euch dann ein anderes Video an gibt noch genug andere Videos auf YouTube wobei ich sagen muss eine Motivation äh dieses Video zu machen vor allem auch auf Deutsch ich hätte es auch auf Englisch machen können äh 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 ja ich hatte zwei Englisch Leistungskurse das ist jetzt auch schon äh 30 Jahre her ähm da hätte ich mir wahrscheinlich komplett abgebrochen da hätte ich wahrscheinlich wie gesagt die besagten Anglizismen irgendwie äh hier alle auspacken können weil ich mir auch ganz viele Videos auf Englisch angucke was ich immer interessant finde was andere Leute rumschrauben nein warum ich das auf Deutsch mache äh es gibt ganz viele Videos beziehungsweise ja gar nicht so viele in der ganzen YouTube Welt weil die meisten sind natürlich auf Englisch gibt es erstmal relativ wenig Videos finde ich ähm dann auch immer einen gewissen Genre entsprechende Videos oder halt irgendwann so so ganz kurze äh Tutorials äh aber ich finde es netter und deswegen legt euch gerne Kekse, Kuchen und Kaffee an die Seite wenn ihr dieses Video guckt ähm wenig Videos die ähm ja wie soll ich das sagen die praktisch die Tipps aus den letzten jetzt spanne ich die diesmal aber nicht so stark an kein Bock dass ihr wieder reißt wir lassen das jetzt erstmal so ähm ja die sozusagen ne was macht man denn wenn man so eine Gitarre kauft und darum geht es ja heute ja auch neben den ganzen anderen Tipps die mir dann so einfallen ähm weil ich verkaufe und kaufe relativ viel bei Ebay Kleinanzeigen ähm äh da findet ihr mich unter Spenge das ist die Stadt in der ich lebe ihr habt da sicherlich schon am T-Shirt gesehen Arminia Bielefeld da bin ich großer Fan von ähm ähm ja und äh wenn Leute persönlich vorbeikamen irgendwie habe ich denen auch gerne geholfen und Fragen und äh einige hatten mich dann immer angeschrieben und gesagt Mensch ey die Gitarre ist so geil eingestellt irgendwie äh kann ich mit meinen anderen Gitarren auch vorbeikommen und das machen lassen grundsätzlich und deswegen ist mein Nickname bei YouTube ja auch helfe ich gerne also helping hand heiße ich ja helfe ich gerne aber dazu fehlt mir einfach die Zeit ich muss das mal ganz klar so sagen also ich habe mir auch schon manchmal überlegt eigentlich könnte man mal so ein so ein Workshop äh VHS Volkshochschule anbieten und alle bringen ihre Gitarre mit das fände ich cool das würde ich auch machen aber dass ich jetzt für einzelne Leute irgendwie und der wollte dann mit seiner äh ich weiß gar nicht mehr also ich glaube eine Stratt irgendwie für äh von Pink Floyd da von den Gitarresten für 5.000-6.000 Euro und ich sollte die einstellen und ich habe nur so gedacht oh und dann kommt ein Kratzer dran und dann haben wir den Ärger und nee das wollen wir alles nicht so Seiteninnen aufgezogen die die Seitenreiter haben jetzt ja ungefähr alle den gleichen Abstand das kann never ever äh Oktavreihen sein äh das äh würde mich doch arg wundern vielleicht kurz zu diesen zu diesen Abständen der Seitenreiter es gibt ein Video über das ich mich aufgeregt habe im Sinne von ich musste da auch mal einen Kommentar drunter schreiben und der Autor hat auch zurückgeschrieben es gibt ein Video von einem großen äh äh Gitarrenladen in Deutschland ich weiß sogar nicht mehr welcher das war ähm ähm der dann gesagt hat ja es muss ja immer derselbe Abstand sein zwischen Sattel und Bridge und deswegen müssen die Seitenreiter genau in der Form in diesem Abstand eingestellt sein so dann habe ich nur so gedacht ja das ist auch logisch was er sagt an der Stelle äh natürlich muss die Seite wenn die genau die richtige Länge hat im Endeffekt muss muss sie ja in dem Fall jetzt äh ein E sein und musste eigentlich auch Oktavreihen sein äh das mag sein dass das für irgendwelche Kastenshop Gitarren äh auch gilt äh äh die so exakt gearbeitet sind keine Ahnung ich weiß nicht woran das liegt ich kann nur die Gegenthese sagen und zwar habe ich ja jetzt hier nicht äh äh 300 Gitarren rumliegen äh die ich alle mal hatte ja aber wenn ihr euch jetzt zum Beispiel mal den Verlauf der Seitenreiter hier anguckt äh so der ist ja äh relativ gleich naja mach mal ein bisschen noch hier rüber so die haben fast alle fast eine Linie die sich ergibt als Muster wenn ihr da jetzt so drauf guckt und diese Gitarre ist Oktav rein die stimmt zu 99,9% weil da bin ich echt pingelig an der Stelle so jetzt nehmen wir uns mal ah meine Ibanez die ich vielleicht auch gerne irgendwann nochmal vorstelle in einem anderen Video nehmen wir uns die mal und gucken uns da mal den Verlauf der Seitenreiter an der sieht schon ganz ganz anders aus ne manche haben höheren Abstand manche haben ja also ihr seht da ein ganz anderes Muster mit dem Scharf stellen keine Ahnung wie das geht so reicht ja für den ersten Einblick so dann haben wir noch die Bariton die ist auch Oktav rein eingestellt da haben wir auch wieder einen anderen Verlauf so und meine Erfahrung nach 30 Jahren rumschrauben dieser Verlauf sieht immer anders aus und da konnte ich natürlich nur reinschreiben so an die Sache ranzugehen im Sinne so müsst ihr Oktav rein eure Gitarre einstellen ist einfach Murks weil jede Gitarre anders gefertigt anders gebaut ist da habe ich da auch noch eine Nebeninformation und ich hatte ja wie gesagt drei Squire Affinity Jazzmaster oder vier in weiß die klangen alle ein bisschen anders so die sind alle vom selben Werk vielleicht sogar vom selben Mitarbeiter zusammengeschraubt worden klangen alle etwas anders im selben Soundraum Spektrum natürlich und trotzdem ich habe die exakt gleich eingestellt die Höhe der Hambacher und die gleichen Seiten das klang trotzdem ein wenig anders an der Stelle so und was ich gerade vorhin das erste mal festgestellt habe das wird man jetzt hier vielleicht gar nicht optisch so sehen können bezweifle ich zumindest dass das geht das ist ein anderes weiß ja ich sehe schon das wird man nicht erkennen können auf jeden Fall das ältere Modell dieses hier ist wirklich ein wie heißt das Alaska Weiß oder so Polar Weiß und das was ich mir jetzt vor ein paar Wochen bestellt habe die ist übrigens im Abverkauf also die Fender Affinity Jazzmaster Humbucker Version also diese hier was meine Haupt Gitarre ist aus besagten Gründen oder so die wird ja jetzt durch die neue ersetzt wobei die ja gar nichts miteinander zu tun haben ganz andere Aufbau ganz andere Pickups schlagt zu holt euch noch eine 200 Euro ist ein Witz und nur andere Tuna dran aber wie gesagt das sind meine Ohren so genug gelabert bzw. ich muss noch leider weiter labern jetzt geht's und da muss ich eine andere Kameraeinstellung suchen um das Einstellen der Oktav Reinheit und wie man das am besten macht bis gleich mir ist noch was eingefallen bevor wir jetzt zu den Oktav Reinheit kommen in der kurzen Pause weil ich musste gerade mal was trinken das ganze gesabbelt ich bin das gar nicht gewohnt auch nicht in irgendwelche Kameras zu gucken ähm diese YouTube Videos weil ich vorhin auch unter über die Kommentarfunktion gesprochen habe schreibt mich gerne an ich beantworte alle Fragen will euch wie gesagt nur helfen ähm ich weiß nicht alles ich weiß aber viel und ähm noch kurz zu diesen Videos die ich auch gerne gucke von diesen Musik von Session und Endertanz und Thoman und äh wie die alle heißen ähm da klingen ja immer alle Gitarren geil da kannst du ja machen was du willst so man muss sich immer folgendes finde ich vergegenwärtigen die wollen ihre Gitarren verkaufen so die Gitarren werden grundsätzlich über richtig gute Verstärker gespielt das Thema hatten wir schon und kauft euch einen richtig guten Verstärker da klingen auch nicht so gute günstige wie auch immer Gitarren äh wobei ich sagen muss wie gesagt für mich gibt es nur gute und schlechte Gitarren der Preis ist da nicht so relevant und sie müssen mir gefallen ähm die wollen ihre Gitarren verkaufen so und die klingen echt immer gut also ich habe noch nie ein professionelles YouTube Video gesehen wo ich gesagt ja die Gitarre klingt aber richtig bäh geht gar nicht sondern die klingt immer richtig gut wenn ihr nicht die Möglichkeit habt äh ich sag jetzt mal den Musikalienhändler eures Vertrauens ja oder wo ihr sagt irgendwie boah er muss irgendwie 150 Kilometer auf meinem Moped fahren nur um irgendwie Gitarren anzutesten dann würde ich grundsätzlich sagen doch steig auf dein Moped und fahr 150 Kilometer weil vielleicht ist das echt jemand Nettes irgendwie der natürlich auch Gitarren verkaufen will aber auf dich als Kunden eingeht und dir nicht irgendwas einredet wenn ihr das Gefühl habt er will euch irgendwas einreden und er will irgendwas verkaufen wenn das im Vordergrund steht äh ja dann dreht direkt um auf eurem Moped aber ansonsten gibt es ja jetzt sowas wie und das ist jetzt keine Werbung für Thomann ich werde hier ganz bestimmt nicht gesponsort bestellt die Gitarren guckt sie euch an testet sie und wenn sie euch gefallen dann behaltet sie ja und ähm wenn sie euch nicht gefallen schickt sie einfach zurück dafür gibt es das Rückgaberecht dafür gibt es bei Thomann 30 Tage zurück Money Back Garantie ich nutze das äh oft ja aber nicht im Sinne von irgendwie eher so ach ja jetzt setze ich mal die Gitarre jetzt setze ich mal die eigentlich will ich die gar nicht haben ne ne ich kaufe schon weil ich die haben will und nicht nur ich möchte jetzt mal wissen wie die klingt weil ich finde das ist schon ein bisschen wenn man das zu oft macht auch schon überlegt dann sagt Thomann irgendwann so jetzt ist aber auch Feierabend irgendwie bestellt sie keine Ahnung 10 Kastenshopmodelle nach dem nächsten um zu gucken wie die klingen und schickst sie mal alle zurück nein so natürlich nicht so aber was Witz was Wichtiges und Witziges an der Stelle ähm wie ich finde nochmal ein wichtiger Hinweis ich habe mal bei eBay Kleinanzeigen eine Gitarre verkauft äh ich glaube diese Squire Telecaster Bullet dieses Sparkle Red oder wie auch immer ja war jetzt nicht so eine prickelnde Gitarre irgendwie und äh wollte die halt verkaufen so und in Bielefeld im Proberaum kam dann jemand vorbei der witzigerweise aber das nein muss ich äh von der Chronologie her anders erzählen der kam und testete die Gitarre wir haben uns bei mir im Proberaum getroffen und war total begeistert von dieser Telecaster so und er hat die letzten Endes auch gekauft und als sie so rausging und da sind halt mehrere Proberäume sagte er dann so ähm oder ging er gar nicht mit runter die Treppe und blieb dann auf einer Etage stehen und ich so wo willst du denn jetzt hin ja in meinem Proberaum ich sag ja wie ja er wollte jetzt die Gitarre er wollte jetzt direkt in den Proberaum mit der Gitarre dann spielen und dann habe ich schon so gedacht habe was machst du da also du musst über dein Setup spielen und nicht irgendwie über das Setup eines anderen Gitarristen äh der vielleicht einen super Verstärker hat und einen super Box hat äh ja Ende vom Lied war Nachts schrieb er mich noch an äh ich müsste ja einen Wahnsinns Verstärker haben und einen Wahnsinns Boxen weil über sein Setup klingt die Gitarre nach Müll äh er hätte jetzt nicht gesagt ich du musst ihn mir jetzt zurücknehmen weil ich denke ja Junge also wenn du doch nur ein Etage tiefer gehen musst um deinen Gitarrenverstärker über dein Setup zu spielen irgendwie äh ne dann ähm schon blöd an der Stelle so also das heißt wenn ihr auch eine Gitarre kauft und die Fehler habe ich auch gemacht ich habe ganz viele Fehler gemacht und ich würde jetzt zum Beispiel diese Affinity Jazzmaster ne und spiele hier über meinen Boss Katana in in es ist zwar ein Einfamilienhaus ja aber in einer moderaten Lautstärke und das ist wie gesagt ein Transistor-Amp der ist für zu Hause rumdengeln völlig in Ordnung ja aber nehmt die mit in eurem Proberaum ja spielt über euer Setup und dann könnt ihr habt ihr eine gewisse Idee davon ob die Gitarre gut klingt für euch weil das ist noch nicht alles weil wer in der Band spielt wie ich ähm und dann kommt der andere Gitarrist noch dazu und der Bassist und der Schlagzeuger und dann müsst ihr die Gitarre spielen und wenn sie dann gut klingt dann behaltet sie irgendwie wenn ihr das Gefühl habt irgendwie ich gehe hier total unter in den Frequenzen mit dieser Gitarre oder 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 dann schickt sie zurück ne also wie gesagt immer über das eigene Setup spielen und am besten wenn ihr in der Band spielt auch im Band Kontext spielen und nicht irgendwie die klingt aber zu Hause schon scheiße die muss im Proberaum auch scheiße klingen dem ist nicht so das hatte ich auch schon wo ich dir gedacht hab boah über den Boss Katana und der Boss Katana und ich wir kennen uns noch nicht so gut wir kennen uns erst seit einem Jahr aber meinen Verstecker kenne ich schon einige Jahre ähm und kam dann in den Proberaum und hat nur gedacht ok wow spielt sich richtig gut ja das nur nebenbei so jetzt muss ich einmal umbauen und dann geht es los mit der Oktav rein so jetzt befinden wir uns eine Etage tiefer ähm wir gehen jetzt folgendermaßen vor ich hab ja die Saiten jetzt gerade einfach nur aufgezogen und äh fange jetzt mal an zu stimmen erstmal nur ganz grob ja hier haben wir noch einen weiteren Blick vor uns so boah fast genau richtig aufgezogen die Saiten so jetzt folgendes ähm das wichtige ist und das machen viele nicht warum auch immer ist dass ihr die Saiten dehnt ja wenn ich jetzt zum Beispiel anfangen würde die Gitarre Oktav rein versuchen einzustellen das würde nicht funktionieren also wir sind jetzt hier beim tiefen E eigentlich gewesen so haben wir jetzt hier ein fast exaktes tiefes E jetzt dehne ich mal ein bisschen die Saiten also ich reiße an der Saiten vom Körper weg so mal gucken was wir dann für einen Ton haben ein C ein Cis ja das heißt die Saiten hat sich noch wieder viel mehr gelockert also stimme ich wieder hoch bis E und zieh wieder an der Saiten und dehne sie in alle Richtungen da kann man ruhig bei der tiefen E-Seite auch ein bisschen mehr Kraft aufwenden bei den dünneren Saiten bitte nicht wie so ein Beserker herumreißen weil sonst reißen diese Saiten so und das macht ihr jetzt so lange bis du daran rumreißen kannst wie du willst und es dann trotzdem beim tiefen E bleibt ich mach das jetzt schon das vierte oder fünfte Mal gehe auch mal die ganze Saiten lang ich kann das jetzt nicht mit zwei Kameras einfangen aber ist ja klar was ich hier mache ziehe halt an der Saiten rum so immer noch ein bisschen so nochmal ein letztes Mal ich weiß das ist langweilig vielleicht schneide ich es auch raus vielleicht lasse ich es auch drin so und das macht ihr jetzt mit jeder Saiten ich mach das jetzt auch gerade und dann melde ich mich wieder achso eine Besonderheit hat sich jetzt gerade ergeben muss ich mit dazu erklären wenn ihr eine Gitarre wie die Jazzmaster jetzt hier habt mit der Vibrato-Einheit dann ist es so dass wenn sich die ja wie soll man das jetzt erklären also wenn praktisch je nachdem wie stark die Saiten gespannt sind oder nicht gespannt sind bewegt sich ja die ganze Tremolo-Einheit im Body mit und wenn ich jetzt hier dann rumziehe und rumdehne ja zum Beispiel bin ich jetzt gerade ja dabei die A-Seite einzustellen so und das ist übrigens das vorhin perfekte E gewesen das ist jetzt ein F ich weiß aber dass die Seite weil ich die ja nur die tiefe E-Seite gemacht habe dass sie richtig eingestellt war deswegen kümmert mich das jetzt nicht nur dass euch das nicht irritiert also ihr müsst jede Saiten einzeln spielen denen bis das A bleibt das G bleibt und so weiter und so fort und dann kann es musst ihr trotzdem nochmal alle sechs Saiten stimmen weil sich wie gesagt diese Tremolo-Einheit Vibrato-Einheit wieder verstellt hat so Gitarre alle Saiten gedehnt gestimmt ja klingt ja schon mal ganz anständig was ihr jetzt noch nicht sehen könnt die Saitenlage ist extrem hoch habe ich auch nicht anders erwartet da müssen wir auch noch dran aber jetzt geht es um Motav-Reinheit einstellen was ich ja schon wie gesagt gefühlt vor fünf Stunden erzählt habe wir fangen jetzt einfach mal mit der tiefen E-Seite an also die spiele ich jetzt leer und jetzt drücke ich den zwölften Bund runter in der Stärke in der ich sonst auch einfach runterdrücken würde und was passiert so ihr seht es ist nicht in der Mitte es schlägt nach rechts aus was ihr jetzt machen müsst was ich jetzt in der Kamera nicht einfangen kann beziehungsweise ich probiere das einmal ganz kurz aber ich hatte es eigentlich ja schon erklärt ich weiß nicht ob das jetzt so geht mal gucken ob meine Gitarre wählt ihr die? nicht so wirklich ne? auf jeden Fall müsst ihr den Saitenreiter jetzt genau in diese Richtung auch bewegen indem ihr da hinten die Schrauben an den Schrauben dreht ich mach das jetzt einfach mal dadurch wird die Gitarrenseite ja länger also der Abstand zwischen Brücke und Sattel wird länger da haben wir jetzt einen Fist das heißt wir müssen jedes Mal und das ist jetzt wirklich langwierig das ganze auf E wieder runter stimmen und gucken was passiert ist jetzt greife ich wieder einen zwölften Bund immer noch ich habe schon ein ganzes Stück gedreht und dann drehen wir halt noch mehr den Seitenreiter genau in die Richtung den der Tuner im zwölften Bund auch in die Richtung zeigt so und wenn ihr euch vorstellt diese ganzen Einstellarbeiten macht irgendeiner in dem Fall jetzt hier in China und wie gesagt natürlich kann ich das jetzt auch schneller das ist ja jetzt nur aufgrund des Videos und wo ich nicht so viel rumbrabbel aber die Zeit hat kein Mensch diese Gitarre Oktav rein einzustellen weiß nicht auf welcher Preisklasse das möglich ist aber in dieser Preisklasse auf keinen Fall so zwölfter Bund es tut sich langsam was aber da ist noch was zu gehen so und jetzt kann es sein das hatte ich auch schon und ich bin da wie gesagt sehr sehr pingelig dass ihr irgendwann an den Anschlag kommt das heißt ihr könnt den Seitenreiter nicht mehr weiter in dem Fall nach rechts bewegen dann ja dann könnt ihr die Gitarre behalten oder direkt in den Müll schmeißen würde ich nicht sagen aber dann habt ihr einfach in dem Fall einfach mal eine Krücke erwischt wo das nicht funktioniert ich würde mal sagen gefühlt kommt das bei 100 Gitarren einmal vor so wieder zwölfter Bund und ja fast muss ich noch mehr dran drehen oh jetzt wird es auch schon kommen wir jetzt schon langsam in den Bereich wo die Schraube sagt viel mehr Space hast du nicht wird diese Gitarre noch heute in Müll an wir werden sehen so Leerseite E zwölfter Bund ich glaube ich dehne die Seite nochmal durch dieses ganze Ringo zappeln hab's geahnt naja das ist echt mit dieser Vibratoeinheit aber dadurch dass ich jetzt die Seitenreiter verändert habe ich könnte mir auch vorstellen ja was die anderen Seiten sich teilweise auch verstimmt haben ne so E fast ne fünfter Bund macht mich noch nicht wirklich glücklich Leute aber mehr geht nicht mal gucken was wir damit machen oder ich mache weil manchmal ist es auch so warum auch immer das ist dass sich über die Seitenlage auch noch was ergibt so zwölfter Bund fast also ich behaupte mal ich versuche jetzt bei den anderen Seiten nochmal genauer einzustellen aber ich behaupte mal dass man das naja mal gucken ob es nachher raushören würde machen wir machen wir mal die A-Seite noch weil wenn es jetzt da auch noch weiter geht dann kann es sein dass die zurück geht da wäre ich natürlich sehr sehr traurig weil man ja jetzt schon wieder einiges gemacht hat aber so ist das wenn man wirklich eine perfekte Gitarre haben will ok da müssen wir auch noch einiges in die Richtung schrauben dann muss man da schon einiges auch reinstecken an Arbeit so mal gucken ob wir jetzt gelandet sind ja das sieht bei der A-Seite schon besser aus das hatte ich übrigens schon öfter warum auch immer dass es mit der tiefen E-Seite am meisten Probleme gibt was die Oktavreinheit angeht ja ich meine das wäre so in meiner Erinnerung ja so wieder zurück auf A-Stimmen zwölfter Bund fünfter Bund fünfter Bund So, zwölfter Bund, mhm, da sieht das schon ganz gut aus, wie ihr auch hört, im Hintergrund laufen immer noch Chameleons, aber greife ich jetzt in verschiedenen Bünden. Noch mal leer, da guckt ist gar nicht so exakt. Und da wird es dann, wo ich dann recht pingelig werde, es muss genau in der Mitte ein A sein, auch die Stimmung halten. Jetzt sind wir im fünften Bund, zwölfter nochmal, siebter, zweiter, ja, es muss halt überall ungefähr stimmen, aber ich würde sagen, noch mal ein kleines bisschen. Und dann auch nochmal zum Thema, was ich ganz am Anfang hatte, mit dieser Bund- und Oktavreinheit. Das wäre jetzt der Fall, weil ich jetzt die A-Leite leer spiele. Ja. Und im zwölften Bund jetzt auch ein A habe. Ja. Ein gutes A. und ich würde jetzt im fünften Bund greifen und der Tuner würde, keine Ahnung, der jetzt nach rechts oder nach links einen Ausschlag haben, dann würde das bedeuten, dass die Bundstäbchen nicht an der genau exakten Stelle sitzen würden. Und dann kannst du hier einstellen und rumstellen, wie du willst, dann ist sie nicht bunt rein und dann kannst du zumindest den Hals einfach wegschmeißen. Weil da nur Bundstäbchen rausholen und da um einen Millimeter da links oder rechts, vergiss es. Kannst du vergessen. Ja. Ich finde, das ist gut. Vielleicht nehme ich mir heute Abend nochmal Zeit, in meinem kleinen Werkkeller das nochmal genauer einzustellen. Gehen wir mal einmal gerade zur E-Seite zurück. Ja. Gucken wir uns nachher nochmal die E-Seite an, wenn ich jetzt alle Oktavrein eingestellt habe. Aber das Prinzip ist klar. Wollen wir jetzt nicht nochmal erklären, können aber nochmal kurz in die D-Seite gehen. Vielleicht schlägt er ja mal in die andere Richtung aus. Glaube ich zwar nicht. Ja. Der will auch, dass ich den Seitenreiter nach rechts bewege. Gut. Dann kurzes Päuschen und dann gehts weiter. So. Ich habe mich jetzt zu folgendes entschieden. Ich war ja gerade dabei die Oktavreinheit einzustellen. So gehe ich normalerweise nicht vor. Das hat wahrscheinlich den Hintergrund, weil ich solche Videos nicht mache und das sonst in meinem stillen Kämmerlein mache. Und das hat auch was dann mit der tiefen E-Seite zu tun, wo es vorhin nicht so richtig funktioniert hat. Eigentlich, bevor ich die Oktavreinheit einstelle, vielleicht hat das auch einen Sinn, warum ich das so rum mache, ist die Seitenlage einstellen. Das kann ich euch jetzt wahrscheinlich schlecht zeigen. Müsste man jetzt gucken. Aber die ist mir und so sind die ab Werk zu hoch. Ja. Was ich jetzt tue ist, und da ist ja dieser kleine Imbusschlüssel dabei, mit dem haben wir schon hunderte im Keller liegen, die Seitenreiter hier einzustellen. So. Ja. Wie macht man das, wenn einem die Seitenlage zu hoch ist? Ich mache folgendes, und ich habe es jetzt schon bei der E-Seite gemacht, beziehungsweise ich, ja, das kann ich jetzt nicht mehr ändern. Ich mache erstmal folgendes, aber das sind Erfahrungswerte, wenn ich sehe, wie hoch so eine Seite ist. Ich würde jetzt mal sagen, ich mache zwei volle Umdrehungen, die Madenschrauben nach unten. Also zähle immer eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Und das ist aber einfach nur so ein Richtwert. Ihr könnt auch alle Seiten einzeln machen, wie ihr da lustig seid. So. Und dann muss ich natürlich die Gitarre wieder neu stimmen. Das muss man übrigens, wenn man Seitenlage und Oktavreinheit einstellt, erstmal die ganze Zeit. Nur am stimmen und wieder neu stimmen. Ah, was haben wir hier denn? Okay. Das hat der Werk ja super gemacht. Die ist nämlich total schräg. Alto Belli ey. Nehmen wir jetzt gleichmäßig. So. Dann stimme ich gerade nochmal. So, jetzt müssen wir uns sputen. Ich habe jetzt gerade einen Anruf bekommen. Eine Freundin bringt gleich meinen Sohn und Mann vorbei. Das heißt, ich habe jetzt noch 15 Minuten Zeit. Dann werde ich das heute nicht mehr schaffen. Dann mache ich nochmal ein anderes Video. Wahrscheinlich dann bei mir unten im Keller. Keine Ahnung. Was ich aber jetzt noch schaffen kann. Wir sind jetzt gerade dabei die Seitenhöhe einzustellen. Ich habe jetzt alle zweimal runter gedreht. Und ihr müsst einfach gucken, dass die Seiten nicht schnarren. Also wenn ich jetzt hier spiele. Die sind aber immer noch so hoch, dass ich weiß, dass sie nicht schnarren werden. Aber wenn jetzt in tiefere Lagen kommen und sonstiges. Das heißt, müsst ihr halt am ersten Bund anfangen. So. Die tiefe E-Seite schnarrt nirgendswo. So. Und das macht ihr für jede einzelne Seite. Wenn die in den hohen Lagen anfängt zu schnarren. Ja. Ich kann das jetzt mal ein bisschen extrem machen. Mit der D-Seite meinetwegen. Mach die jetzt mal relativ weit nach unten. Dann natürlich wieder auf D stimmen. Das ist ja klar. Okay. Die ist schon sehr sehr tief eingestellt. Und trotzdem. Gut. Wenn man härter anschlägt. Hier vielleicht. So klingt es. Eine Gitarre. Eine Saite. Wenn sie schnarrt. Aber noch nicht wirklich extrem. Das könnte man eigentlich schon fast verlassen. Also es ist auf jeden Fall möglich mit dieser Gitarre eine relativ niedrige Seitenlage einzustellen. Das ist ja schon mal gut. Dann brauchen wir nämlich ganz viele andere Dinge nicht mehr machen. Ja. Mit Halsstab und so. Das wie gesagt. Das mache ich dann im zweiten Part. Oder im vierten, fünften, sechsten Part. Der noch folgt. Muss jetzt einfach hier einen Break machen. Und dann sehen wir uns irgendwann wieder. Dann mache ich das Video komplett. Ihr seht es ja dann eh komplett. Nur für mich geht es jetzt heute hier erstmal nicht weiter. Weil mit dem kleinen Sohnemann das wird nicht funktionieren. Okay. Bis dennne. Ja. Das Video hat jetzt einen zeitlichen Sprung. Gestern hatte ich das Video eigentlich zu Ende gestellt. Aber irgendwie ist meine Handy App abgestürzt. Und einige Videos waren jetzt weg. Deswegen ist es jetzt ein zeitlicher Sprung. Weil ich die Gitarre mittlerweile jetzt komplett eingestellt habe. Ich habe die Seitenhöhe eingestellt. Ich bin damit absolut zufrieden. Ich konnte es so einstellen, wie ich sie haben wollte. Und auch die tiefe E-Saite ist jetzt fast perfekt. Oktav rein. Und ja. Damit kann ich absolut leben. Ja. Kritikpunkt an der Gitarre bleibt. Ähm. in allen neuen Affinity Modellen sein. Wo hinten so ein Skunkstrap drauf ist. Anders kann ich mir das äh. Oder anders wäre es komisch. Wenn das jetzt nur an diesen vier Modellen gewesen wäre. Ja. Die Tuner habe ich jetzt ja auch ein bisschen benutzt seit gestern. Ähm. Ja. Die werden definitiv getauscht. Die haben Spiel. Das fühlt sich irgendwie alles nicht gut an. Das ist aber nur ein Upgrade von 30, 35 Euro. Ähm. Wie gesagt. Das müsste eigentlich. Ähm. Ich behaupte das jetzt mal. Eigentlich müsste man erstmal so einen Tuner ausbauen. Ähm. Aber das wird eine 10 mm Bohrung sein. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Wenn es eine andere Bohrung ist. Ja. Dann hat man ein Problem. Weil Tuner in einer anderen Größe zu finden ist dann nicht unbedingt leicht. Und aufbohren habe ich ja vor Stunden da schon mal gezeigt. Ähm. Das ist echt mühselig. Und äh. Macht einfach keinen Spaß. Ähm. Ich würde vorschlagen. Ich spiele einfach mal die Gitarre. Weil so weit sind wir ja noch gar nicht gekommen. Das ist ja dann das schönste. Wenn man alles perfekt eingestellt hat. Und ähm. So klingt übrigens eine Gitarre, die jetzt auch Octav rein ist. Klingt schon ganz anders, als ich die noch nicht eingestellt hätte. Gut. Äh. Neckpeo. Ich würde vorschlagen. Fuck es ist, wenn ich mich sch Belt,arzi Koffer etwas halbierst gab. Okay? An Мне ist sehr stark von genauer typisch. Ich würde vorschlagen. Dentre mich zum Haken Meckpen. Um mit unserer Antwort zu leben? Sehr schön. Middle Position. Bridge pickup. 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 Ja, der klingt natürlich ein bisschen heißer, viel greller und dadurch auch aggressiver. Vielleicht doch mal mit ein paar Effekten angeweichert, wie gesagt Neck-PU finde ich einfach am besten. Ja, der klingt natürlich ein bisschen heißer. Ja, sehr sehr schön. Also ich kann diese Gitarre, ich mache mal gerade zum Abschluss, dass ihr auf meinem Gesicht nochmal seht, ich kann die Gitarre absolut empfehlen. 250 Euro vernünftiges Setup machen, müsste aber aus meiner Sicht, habe ich schon gesagt, an jeder Gitarre machen, mal mehr und mal weniger. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, vielleicht zum Abschluss nochmal ein, zwei Sachen. Es gibt ja oft die Diskussion mit Squire und Fender und dann Leute, ja, kauf dir auf jeden Fall eine Fender und der Nächste, nee, kauf dir eine Squire. Ich habe immer so den Eindruck, die sind Foren oder Sonstiges, die haben weder das eine noch das andere oder vielleicht nur eins von beiden auch wirklich dann mal in der Hand gehabt, gespielt gehabt, zu Hause gehabt, im Proberon gehabt, wie auch immer. Man muss sich, finde ich, immer folgendes vergegenwärtigen. So, nehmen wir jetzt mal beispielhaft, bleiben wir mal bei der Jazzmaster, es gibt aktuell von Squire die Classic Vibe, ja, mit der klassischen Vibratoreinheit, die kostet so um die 400 Euro. So, wenn ihr das Pendant von Fender haben wollt, auch mit dieser Pickup-Konfiguration und auch mit dieser Vibratoreinheit seid ihr bei 1 oder 1, 2. Nehmen wir mal einfach mal 1000 Euro, das sind 600 Euro Unterschied. So, da stellt sich ja immer die Frage, ist sie denn 600 Euro auch mehr wert oder warum ist die 600 Euro teurer? Naja, warum ist die 600 Euro teurer? Das hat definitiv erstmal was mit den Komponenten zu tun, das wären mit der Hardware, es wären bessere Tuner dran sein, vielleicht ist der Sattel noch ein bisschen besser gefeilt, eingelassen und wurde dem Hals noch viel mehr Liebe geschenkt. Und wobei ich sagen muss, jetzt in dem Fall, jetzt diese Buntstäbchen sind echt, die sind, ja, aus meiner Sicht perfekt. So, da gibt es wo auch nichts dran zu mekeln. Dann werden bessere Hölzer verwendet, eine bessere Elektronik drin, eine bessere Brücke, vielleicht aus anderem Material, eine bessere Input-Buchse. Ja, und dann kommen wir schon zu den Pick-Ups, weil da zu sagen, da sind bessere Pick-Ups drin, da geht schon die Geschmackssache los, weil ich mag ja diese keramischen Hambucker aus der anderen Affinity, das sind meine absolut Lieblings-Pick-Ups, die kosten ja im Endeffekt nichts. Also da finde ich es schon schwierig zu sagen, ja, da sind 600 Euro, weil da sind bessere Pick-Ups drin. So, das entscheidet ja jedes Böhrchen von euch selber. So, und für mich ist immer zwei Sachen wichtig an einer Gitarre, jetzt mal abgesehen von der Optik, weil die einem ja auch gefallen muss. Erstens Klang, zweitens Bespielbarkeit. So, vielleicht wiederhole ich mich auch, vielleicht habe ich das auch schon vor Stunden erzählt, das müsst ihr mir echt nachsehen, weil ich habe gestern das Video aufgenommen und heute auch nochmal und irgendwann weiß man gar nicht mehr, was man schon alles gesammelt hat. Ja, auf jeden Fall, Klang, Bespielbarkeit. So, und bei mir war es so, und ich hatte auch Fender-Modelle, auch bis 1000 Euro auch in der Hand, für mich klangen die nie 600 Euro besser. So, und das ist jetzt nur ein Minimalunterschied. Ich meine, ihr könnt auch noch eine andere Fender euch holen, irgendwie, braucht gar nicht über Kastenshop, sondern irgendwie einfach in der Range ein bisschen höher gehen. Dann liegen wir bei Unterschieden von 1.500 oder 2.000 und das kann ich aber nicht beurteilen. Wie gesagt, beurteile nur das, was ich selber in der Hand hatte und erlebt habe. Aber für mich waren diese 600 Euro Unterschied, habe sie dann zurückgeschickt, weil die für mich nicht 600 Euro besser klang, wenn ich da auch nicht bereit war, diese Differenz dann zu zahlen im Sinne von, klingt echt, das doch, das ist es. Mag aber jeder anders entscheiden an der Stelle, andere sagen, für mich klingt das aber und von der Bespielbarkeit 600 Euro, das ist mir wert, dann soll er dies tun. Bei mir war es dann eher so, dass ich gesagt habe, für die 600 Euro kaufe ich mir vielleicht noch eine andere Gitarre oder eine Akustikgitarre oder einen anderen Effekt oder weiß der Geier und stecke das Geld irgendwie in andere Sachen oder ein leckeres Schokoladeneis. So, aber keine 600 Euro an der Stelle. Gut, das andere ist, ja, wenn ihr interessiert seid irgendwie und denkt, ja, das ist ja ganz nett, was er da gerade geklimpert hat oder sonstiges, ich spiele in der Band Dresche, komme aus Bielefeld, ja, guckt einfach bei YouTube Dresche, Lied Rotesche, das ist glaube ich in Anführungsstrichen unser Smash Hit. Gut, ja, da findet ihr dann irgendwie alle weiteren Links irgendwie und vielleicht kann man, sieht man sich ja vielleicht mal live oder so, das wäre ja schön, wenn es jetzt mal so langsam losgeht, wieder mit richtigen Live-Konzerten, mit Schweiß von der Decke. Ja, ansonsten bedanke ich mich natürlich fürs lange Zuhören, Zusehen, bin gern offen für konstruktive Kritik, schreibt mir die Kommentare, schreibt Lob rein, freue ich mich natürlich auch total drüber, ich beantworte jeden Kommentar, es sei denn, dass diese Kommentare irgendwie, hätte ich ja mal rasieren können fürs Video, so, die ignoriere ich oder werden direkt gelöscht, weil kann man sich sparen an der Stelle. Okay, vielleicht mache ich nochmal so ein Video über zweieinhalb Stunden und stelle einfach eine andere Gitarre vor, vielleicht fallen mir noch ganz andere Anekdoten ein oder was man vielleicht bei anderen Vibrato-Einheiten oder bei anderen Pickups noch beachten sollte, weil das war ein ambitioniertes Projekt, 30 Jahre Erfahrung in ein Video zu packen, das ist vielleicht doch ein bisschen viel an der Stelle. Okay, macht's gut, bis dann, ciao!